Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Ein neuer Tag bricht an für euch und für uns. Die Vögelein gehen auf, die Sonne zwitschert. Das Bier wird gleich fließen zur 364. Ausgabe von Trek am Dienstag. Warum wird all das passieren? Naja, wir haben so ein bisschen Katerstimmung, werden wir haben, wenn ihr das hört. Aber eigentlich haben wir jetzt noch so eine angenehme Vor-Stress-Stimmung, oder Simon? Eine angenehme Vor-Stress-Stimmung, das passt ja. Denn wenn ihr das hier hört, dann ist für uns ja Vergangenheit. Das ist ja immer so. Wir sind ja immer ein bisschen in der Vergangenheit. Schon mal gesagt, Podcast ist ja eine Zeitreise. Bei Trek am Dienstag immer, wir reisen zu euch in Audioform in die Zukunft. Du sagst das, es ist so ein bisschen Stress, aber nicht wirklich. Das ist so im Hintergrund. Ich glaube, es ist auch gepaart mit Vorfreude, Sebastian. Ach, das auf jeden Fall. Das ist so Vorfreude, leichte Aufgeregtheit. Also, da wollen wir mal was wird, würde ich sagen. Was wird, ja. Ja, wir haben jetzt so eine Generalprobenwoche für die Tour hinter uns, die manche von euch gesehen haben tatsächlich. Und ich bin relativ getrost. Aber das Komische ist, Simon, ich schlafe unglaublich viel und lange und traumreich und intensiv und auch erholsam eigentlich. Und trotzdem gähne ich seit drei Tagen mir total einen zurecht. Und das ist normalerweise nicht meine Art, zu gähnen. Das klingt komisch, aber dass ich normalerweise sonntagsüber so müde bin, dass ich mir so das Gähnen unterdrücken muss, kommt sehr selten nur vor. Vielleicht ist das so dieser Wechsel deines Rhythmuses. Also, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal länger geschlafen hast und erholsam mal geschlafen hast, ist das bei dir ja nicht immer der Fall. Ja. Die aufmerksame Kenner deiner Selbstwissen. Und jetzt ist es vielleicht mal anders und dein Körper weiß gar nicht, was er damit anfangen soll und denkt, das ist so geil, ich will weiter schlafen einfach. Weil ich das so lange nicht mehr so gemacht habe, so intensiv. Vielleicht deswegen. Ach, 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 ach. Und Simon, in fünf Tagen wird die Uhr eine Stunde nach vorne gedreht und alles ist wieder in eine Wicke. Dann gehe ich nur noch. Ach du Scheiße, das kommt ja auch noch. Das heißt, wenn wir auf die Bühne gehen, ja, sind wir ja komplett, da sind wir ja noch im Zeitumstellungsmodus. Da werde ich ja müde dann irgendwann, denke ich, jetzt muss ich aber eigentlich schon im Bett liegen und dann läuft noch volles Programm. Im Prinzip ja, genau so wird das sein. Oder ist das andersrum? Ich komme da mit der Logik immer durcheinander. Aber sei es drum. Simon, wie ist die Lage denn heute? Die Lage heute ist so Mitte der Woche. Ja, es ist ja jetzt die, das können wir aber einfach jetzt auch erzählen. Es ist die Woche vor Ostern, vor dem Osterwochenende, wo wir das hier aufnehmen. Die K-Woche, gesponsert von K-Glas auch. Die K-Woche, ja, ich esse auch nur trockene Nüsse und Fisch. Ja. Mit trockenen Nüssen gefüllten Fisch esse ich den ganzen Tag. Hm, köstlich. Sieh mal, was du da sagst. Ja, so weiter. Und irgendwie komme ich nicht so richtig in die Woche rein. Also, weil die ist ja auch gleich vorbei im Grunde. Ist ja nicht mehr lange, dann ist sie auch wieder vorbei. Und denke mir, warum haben wir die nicht gleich ausfallen lassen, die Woche. Also, so geht es mir gerade. Ich bin tatsächlich auch, ich schlafe auch genug, aber ich fühle mich so ähnlich, wie du dich fühlst. Vielleicht nicht ganz so generisch unterwegs, aber auch müde. Aber so mellow, auf so eine gute Art und Weise. Also, es ist jetzt nicht so eine nervige Müdigkeit. Aber ich nehme an, vielleicht weiß der Körper, in zwei Wochen muss ich Vollgas geben auf der Bühne. Und deswegen hole ich mir jetzt noch ein bisschen Energie. Und ich sage jetzt mal nicht, sagt mir mein Körper, jetzt mach mal nicht so einen Stress, Alter. Den hast du nächste Woche noch genug. Ja, und ihr habt es vielleicht gesehen. Und wir hoffen jetzt hier in unserer Vergangenheitsblase, dass das gut war, was ihr gesehen habt. Und werden da sicherlich noch ein bisschen mehr erzählen, wenn wir dann wieder zeitlich, wenn auch bei uns dann die Tour gelaufen ist, dann werden wir sicherlich mal einen Recap machen dazu. Und das kannst du so aus unserer Sicht beschreiben, wie das dann war. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann hier in zwei Wochen sitzen und erzählen. Und wenn wir dann sagen, oh, oh, sagen wir vielleicht einfach nur, keine Ahnung, vielleicht nur oh. Womöglich, ja. Das Interessante ist, wir nehmen ja noch mehr als nur eine Folge auf, bevor wir das machen. Also das hier ist jetzt nicht die letzte Aufnahme. Also viermal Track am Dienstag müssen ja nicht unbedingt die Folgen sein immer bei uns. Aber vier Aufnahmetermine haben wir noch. Plus nochmal so einen Probetermin haben wir auch noch. Wir haben noch richtig viel. Wir sehen uns noch richtig oft, bevor wir uns dann sehen in physikalischer Form. Da geht mir das Herz auf, Simon, wenn ich das mal so sagen darf. Freue ich mich auch. Das ist alles super. Super, richtig, richtig gut ist das. Jetzt steht hier in meinem Skript ein paar Worte zu Social Media, Sebastian. Was hast du denn dabei gedacht? Ich habe die Retro-Track-News übersprungen, aber die können wir danach machen. Willst du was zu Social Media sagen? Ja, wir haben eine E-Mail bekommen und ich habe auch noch eine persönliche Nachricht bekommen. Die kamen beide so mehr oder weniger gleichzeitig. Und dann hat auch noch ein anderer Podcast neulich mal darüber gesprochen. Und ich fand das sehr vernünftig, was sie gesagt haben. Und das ist alles so eine Frage, die da gestellt wurde und die stellt sich mir, die stellt sich uns auch schon seit langem. Wir bedienen ja seit langer Zeit traditionell drei Social Outlights, wo wir einfach mal sagen, morgen kommt eine Folge, morgen kommt ein Freitags-Track. Hurra, hurra, die Schule brennt oder irgendwie so. Kann ja alles da mal so stehen. Und das war traditionell immer Facebook und Instagram und das, was sich mal Twitter nannte, wo man gar nicht mehr so genau weiß, ob das noch so heißt. So. Und jetzt gibt es einige andere Outlets und dann kommt immer mal wieder die Frage auf, nicht kommt ihr dann mal hin, sondern auch oft einfach mal die Frage, wann seid ihr denn da? Also als wäre das irgendwie nur so eine Frage der Zeit, dass wir dann da sind. Das ist eine Frage der Zeit. Und ich muss gestehen, das ist, also erstmal finde ich es total süß und cool und nett, dass ihr uns an Orten sucht und vermisst, die euch gefallen und dass ihr dann denkt, da könnte doch Trecker am Dienstag auch mal sein. Dafür schon mal tausend Küsse. Vorne weg. Aber das ist gar nicht, also das Wann ist gar nicht mal so sehr die Frage. Die Frage ist eher das Ob, oder? Das Ob, ja. Es ist natürlich eine Frage der Zeit auch irgendwo. Ja. Weil natürlich könnten wir jetzt sagen, komm, wir machen Blue Sky, wir machen Threads, wir machen Mastodon und was es da noch alles geben mag in Zukunft an Orten, wo man sich versammeln kann. Das könnten wir natürlich alles bedienen und könnten da unsere Beiträge reinhauen. Aber das alles zu monitoren und dann auch wirklich, also wenn man Social Media auch macht, wir wollen ja auch das lesen, was ihr da schreibt und eventuell auch mal drauf eingehen oder so, das würden wir einfach nicht gestimmt bekommen. Das ist tatsächlich jetzt bei den vorhandenen Plattformen und auch beim Blog mitunter ein Zeitproblem. Da machen wir schon heute weniger, als wir eigentlich gefühlt wollen an Interaktion mit euch, weil die Zeit, an erster Stelle muss mal das Podcasting stehen, das ist das Wichtigste. Wir sind immer noch Podcastende und keine Social Media Person, näh, oder Influencer. Und an zweiter Stelle steht, andere Dinge zu tun, die das Mietezahlen erlauben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das zerfasert sich ja so ein bisschen jetzt auch. Also ich spreche jetzt mal, wir haben das vorher nicht abgesprochen, du kannst auch gleich was anderes zu sagen, wenn du das anders siehst. Aber es zerfasert sich ja auch so ein bisschen und dann ist ein Teil da, ein Teil da, ein Teil da. Ja, und was ich so beobachte ist, dass du da auch relativ wenig Interaktionen dann hast. Ja, da habe ich auch schon mit so ein paar anderen, ich komme ja mal aus dieser Journalistenwelt und so weiter, habe ich auch mal mit ein paar anderen drüber gesprochen. Und teilweise waren die dann, die sind dann sofort, keine Ahnung, zu Blue Sky gegangen, haben das dann mal so versucht und haben irgendwann gemerkt, naja, da steckt man ja doch viel Aufwand rein. Aber so wirklich viel bringt es einfach nicht. Also es gibt noch nicht die neue Plattform, die jetzt, keine Ahnung, eine echte Alternative ist, auch von der Reichweite zu Twitter. Und deswegen, dadurch, dass wir ja eh schon, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf X oder Twitter, wie man es nennen will. Und das sind drei Dinge, die wir einfach anbieten. Jetzt musste ich schon so rülpsen, weil ich das gesagt habe. Es tut mir leid, aber es sind so drei, es kommt so raus. Muske, wie hat man das deutlich mit dem einen Typen, der immer so spricht, als wenn er so aufstoßen würde, aus The West Wing. Bradley Whitford hat immer diese Wette am Laufen, dass er das hat. Bradley Whitford, genau, das in seinem Gedenken, jetzt habe ich das jetzt mal so gemacht. Und das sollte eigentlich reichen. Also eins davon, denke ich mal, kann jeder irgendwie nutzen, wenn er uns denn auf Social Media folgen will. Und damit bin ich eigentlich am Ende mit meinem Plädoyer, meinem Schlussplädoyer zu dem Thema erstmal. Ja, ich habe mir auch so Gedanken dazu gemacht und habe mir die neuen Dinger mal angeguckt und festgestellt, zerfasert ist ein gutes Wort, was du sagst. Denn was wir da sehen, sind eigentlich unterschiedliche Auffangbecken für Leute, die früher mal bei dem waren, was sich Twitter nennt. Aber darüber hinaus ist noch keines dieser Dinger mehr. Über das Auffangbecken hinaus ist es noch nicht mehr, dass es jetzt so ein Wachstumsding mal wird, wo wieder Leute, neue Leute, die sowas noch nie gemacht haben, hinkommen. Wo überraschende Dinge passieren, wo halt auch für uns aus Marketinggesichtspunkten ein Zug da reinkommt. Ja, das ist das eine, was ich nicht sehe. Und das andere, was ich sehe, ist, dass ich persönlich mich ein bisschen zurückgezogen habe von den Social Media und bin so in den Status gegangen von vor 2012, als ich das erste Mal damit angefangen habe. Und dadurch, dass ich auch sehr, sehr viel zu arbeiten immer habe und wirklich mit dieser ganzen Journalistensache und Podcasterei, ich habe sieben Tage Wochen. Ich habe 80 Stunden Wochen, wenn ihr so wollt. Und auch wenn es trotz der langen, langen Stunden und der extrem schmalen Freizeit der schönste Job ist der Welt, den ich ausübe. Das ist eine unglaubliche Befreiung für mich, nicht in Social Media reinzugucken und stattdessen Filme zu lesen, Bücher zu schauen, umgekehrt, ihr merkt schon, Freunde zu treffen, Dinge zu unternehmen. Und ich merke, dass mir diese Freiräume entstanden sind und dass es auch meiner Seele gut tut, dass ich weniger bei Social Media bin. Deswegen heißt es für mich auch nicht, dass mich irgendwo jetzt woanders hinzieht, es sei denn, dass wirtschaftliche Gesichtspunkte das für mich wirklich nötig machen, dass es wichtig ist. Und es wird ja auch zu Recht so ein bisschen das Narrativ gebaut, dass Twitter mittlerweile ein ganz schön verkommener Ort ist. Und ja, das ist lange nicht mehr so cool wie in den Jahren, bevor Elton das übernommen hat, als da einfach coole Dinge passierten. Obwohl, das klingt jetzt hier noch relativ zivil, wie ich den aktuellen Zustand auf Twitter-X umreiße, das ist schon dystopisches, fieses Ödland. Da müssen wir uns nichts vormachen gerade. Aber trotzdem, das muss ich auch mal sagen, es gehört viel mehr dazu, ein schlechter Mensch zu sein, als bei Twitter angemeldet zu sein. Und es gehört auch viel mehr dazu, ein guter Mensch zu sein, als sich bei Twitter abzumelden und woanders anzumelden stattdessen. Das ist mir dann auch zu unterkomplex, ja. Dieser dystopische Zustand bei Twitter oder ehemals Twitter, das zählt natürlich auch noch dazu, dass es so heißt, geh da weg und geh woanders hin. Allein nur, für mich ist das gar nicht so ein zwingend kausaler, binärer Zusammenhang. Wenn ich von da weggehe, dann muss ich zu einem anderen auch hingehen. Nee, weiß ich nicht, dass ich nicht zum Fußball gehe, heißt ja nicht, dass ich ins Kino gehe. Zwingend. Das kann auch einfach heißen, dass ich zu Hause mit meinem Arsch auf der Couch liege. Und ich hätte überhaupt gar kein Problem damit. Und schreibt doch gern mal, was ihr davon haltet, ihr, die ihr auch da noch so seid oder so. Also, was passieren würde, konjunktiv, wenn wir einfach aus drei Kanälen zwei Kanäle machen, wenn wir Twitter abschalten würden. Ihr entscheidet das jetzt hier in diesem Moment nicht. Das werden schon wir entscheiden nach reiflicher Diskussion. Aber ich würde das gerne mal einfach als so Thermometer, so ein bisschen so Meinungsgrund rauschen, zurückhören. Weil im Prinzip könnte ich damit gut leben, nur mit Facebook und Instagram weiterzumachen. Ja, genau. Schreibt doch einfach mal, was ihr davon haltet. Und bei mir ist es, also vielleicht das noch so ergänzend dazu, also ich habe so, das war auch in der Corona-Zeit vor allen Dingen, aber auch schon davor, habe ich auch so die Lust an Social Media im Grunde verloren. Weil es gibt ja diesen Begriff des Doom-Scrollings auch, ne? Und das ging mir irgendwann mal so auf die Nerven, dass ich dann gesagt habe, okay, das tut mir nicht gut. Jetzt mal abgesehen von auch Zeitproblemen und viel Arbeit, die man so hat und auch andere Hobbys, die man vielleicht machen will, die ein bisschen ergiebiger sind als Doom-Scrollen, ja? Und das ist auch einigen aufgefallen, du postest ja gar nichts mehr und so. Ich gucke da schon noch mal rein und lese und vor allen Dingen auch was, was ihr zu Postings von Trek am Dienstag beispielsweise schreibt. Aber ich selber, ich hatte auch nie so den Drang, mich da so auf Social Media zu äußern, zu Dingen oder negativ gesagt zu inszenieren. Das sehe ich mir einfach nicht so wirklich. Und seit ich das eingeschränkt habe für mich, geht es mir besser. Also sehe ich Dinge auch entspannter. Und naja, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, über Social Media und die Auswirkungen von Social Media, die Vorteile, die es ohne Frage hat, die großen Nachteile. Aber ich bin halt auch, da geht es auch so ein bisschen in den Bereich geistiges Wohlbefinden. Ja, wobei Simon, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja zumindest eine von diesen neueren Plattformen, die es da gibt, ist bewusst als so ein kultiviertes Gärtchen angelegt, wo Doomscrolling nicht stattfindet, weil das gar nicht erst so mit Doomscrolling geeigneten Inhalten vollgemüllt wird. Also das ist dann so dieses Narrativ, dann komm doch hierhin, hier hast du eine gute Zeit. Geh zu diesem und diesem Social Media Ding, dann hast du eine gute Zeit. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine gute Zeit haben will, mache ich nicht irgendeinen Social auf, ganz egal wie schön das da ist. Wenn ich eine gute Zeit haben will, dann mache ich mir einen Film dran oder gehe meine Freundin besuchen oder gehe vor die Tür oder gehe mit den Kumpels eine Pizza umdrehen. Aber nee, das ist einfach die Idee, für eine gute Zeit mich zu Social Media zu begeben, egal wie schön das da sein mag und auch tatsächlich egal wie viele Digitalbekanntschaften, die ich nach wie vor über alles liebe und schätze, da sind Leute dabei, das sind einfach absolute Herzenspersonen. Aber trotzdem, das kommt einfach in meinem Kopf nicht mehr vor. Und ich bin auch froh, dass ich das da getilgt habe, weil es unglaublich viel verlorengegangene Freiräume in meinem Kopf wieder errungen hat und mir Lebensqualität zurückgegeben hat auch. Es lenkt ja auch ab, muss man ja auch sagen. Also wenn man dann halt ist da und so. Und das ist wirklich überhaupt kein Diss in Richtung der Leute, die das gut finden für sich. Wenn euch das gut tut, dann ist das total super, dass ihr das macht und da euch auffällt. Aber ja, ich sehe da auch nicht so den Nutzen für mich. Also zum Beispiel so eine Plattform wie Twitter oder X oder wie immer man das jetzt auch nennen mag, das ist, wenn du News willst irgendwie oder schnell über irgendwas dich informieren möchtest, ist das immer noch ganz brauchbar. Nur wenn ich da jetzt so durch meinen Feed scrolle teilweise, also das ist, du siehst dann so fast schon Porn mitunter, einen Haufen Verschwörungstheorien. Und das ist einfach, ja. Und das andere, was du sagst, diese Rückzugsorte, ja toll, finde ich toll, dass es das gibt und dass es Alternativen gibt. Aber da spielt wieder so das Erste rein, was ich gesagt habe, mir persönlich bringt das nicht so wahnsinnig viel mich da, auch wenn es eine Blase im guten Sinn ist. Also wenn du denkst, okay, das ist so meine Blase, aber dann da so ein Selbstbestätigungsding oder immer wieder, ja, das ist ja auch meine Meinung, schön, dass du das auch so siehst oder so. Also das ist einfach nicht so mein, my cup of tea, wie der Engländer sagt. Also von daher ist das, ja. Jetzt habt ihr das, glaube ich, mal so ein bisschen, unsere Gedanken zu dem Thema, habt ihr jetzt mal so ein bisschen aufgeschnappt, die da wirklich echt in die gleiche Richtung gehen. Meldet euch doch mal dazu, wie ihr das Ganze so seht. Ja, und es müssen jetzt auch nicht die schreiben, bitte nicht die schreiben, die nicht bei Social Media sind oder kein Verständnis für Social Media haben. So nach dem Motto, ich bin da eh nicht, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Also das braucht ihr uns jetzt nicht schreiben, darum geht es jetzt mal gerade nicht. Ja, aber auf Mastodon und Blue Sky und so wird es uns vorerst nicht geben, aus den eben genannten Gründen. Das können wir schon mal sagen. Auf Facebook und Instagram habt ihr uns, auf jeden Fall. Ja. Und Twitter, da läuft die Diskussion gerade so ein bisschen, ne? Ja, genau. So sieht es aus. Und jetzt noch ein shameless Plug, denn wenn ihr Sehnsucht nach uns habt und ihr müsst ja anscheinend Sehnsucht nach Interaktionen haben, zumindest teilweise, sonst würdet ihr uns ja nicht fragen, wann kommt ihr zu den anderen Plattformen. Und ich habe ja auch Sehnsucht nach so Leuten, die ich maximal einmal im Jahr sehe, so in echt. Ihr wisst, wer ihr seid und ich küsse eure Augen. Aber wenn ihr aus dieser gemeinsamen geteilten Sehnsucht heraus auf der Suche nach einer Plattform seid, es gibt eine Plattform. Es gibt sogar zwei Plattformen eigentlich. Bei Insta ist es, was unser aktuell schönstes, wachsendes, coolstes Medium ist, ist es wirklich sehr angenehm. Das kann man nicht anders sagen. Also ihr könnt gern zu Instagram kommen. Und auch das Blog auf Trek am Dienstag, das schwächelt so ein bisschen manchmal in letzter Zeit. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne hinkommen und eine wunderbare Community entstehen lassen mit den besten Chefs der Welt. Nämlich nicht mit Elton Musk, sondern mit Simon und Sebastian. Kommt ins Blog auf trekamdienstag.de und lasst doch dort die blühenden Landschaften entstehen. Warum sollen wir uns immer sagen lassen, dass wir irgendwo hingehen sollen? Kommt ihr doch. So. Gut. Ha, sehr schön. Jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Sie ist so beliebt, dass es sie bisher erst einmal gab. Seit Jahren beliebte Rubrik. Was hast du denn? Es gibt die Retro-Track-News, Simon. Und die Retro-Track-News besagen, dass vor wenigen Tagen von diesem Aufnahmedatum hier rückwärts gerechnet ist William Bill Shatner 93 Lenze Jung geworden, wie man ja so schön sagt. Und zu diesem Behufe ist einiges passiert im Internet. Er war in Talkshows und er war tatsächlich nach seinem Gastspiel in Enterprise Incidents bei Scott Mance in seinem zweiten Star Trek Podcast eingeladen gewesen. Die Inglorious Track Sports drüben haben in ihrem selbstverständlich englischsprachigen Feed, dessen solltet ihr mächtig sein, wenn ihr euch das anhören möchtet, haben einen ihrer weißen Wale geschossen. Und sie haben sogar zwei weiße Wale innerhalb weniger Wochen geschossen. Sie haben über Star Trek 3 diskutiert, unter anderem mit einem der größten Fans und Verfechter von Star Trek 3, welcher da ist, Kevin Feige. Und sie haben William Shatner zum 80-minütigen Interview, naja, ist ein bisschen geschummelt, es ist nicht de facto ein Podcast, sie haben eine Convention Session mit ihm, eine Q&A Session, die von den Track Sports moderiert wurde, mitgeschnitten und veröffentlicht. Aber er erzählt tolle Geschichten und es ist auch nochmal wunderbar hinterher auseinander ziseliert, wo die so sagen, ah, da hat er mal was Neues gesagt und ach ja, da hat er so einen Convention Klassiker rausgehauen, den er schon tausendmal erzählt hat, von dem er weiß, dass das funktioniert und so. Also sie haben tatsächlich so ein Post Mortem an diesem Interview noch vorgenommen, also an dem Interview, der Shatner lebt noch und haben das dann nochmal eingeordnet. Und das war sehr schön. Super. Happy Birthday Bill und gut, dass er zu hören war, die Tage. Finde ich toll, ja. Also ich bin ja, ich habe ja den Shatner früher auch ein bisschen kritischer gesehen, mit seinem Alter und meinem Alter, fortschreitenden Alter, bin ich deutlich milder geworden und finde ihn eigentlich ganz cool, auch wenn er manchmal auch dummes Zeug sagt, ganz klar. Aber ich finde ihn irgendwie authentisch in seiner Art und ich finde es auch einfach toll, dass er so alt geworden ist und hoffentlich auch noch ein paar Jährchen hat. Er ist schließlich für mich einer der wichtigsten Gründe, warum Star Trek so erfolgreich wurde, weil die Rolle einfach unvergesslich ist. Das muss man sagen. Klar, ein Spock ist auch unvergesslich, ein Pille ist unvergesslich. Es ist aber Shatner, der diese Show auf seinen Schultern getragen hat, mit seiner ganz besonderen Shatner Art. Und da haben wir ihm viel zu verdanken, glaube ich, als Star Trek Fans und auch in den Filmen und so. Es gab immer viel zu bereden, wenn es um William Shatner geht. Also auch Dankeschön an Bill und nachträglich allerherzigste Glückwünsche und hoffentlich noch ein langes und gesundes Leben. Ja, wenn er so viele Raudios noch macht, wie in den letzten Monaten und Wochen, sehe ich da überhaupt kein Problem. Aber jetzt gehen wir mal über, denn heute schreiben wir den 364. Dienstagstrek. Wir sind jetzt offiziell in der zweiten Hälfte angekommen und wir besprechen heute die 13. Episode der ersten Staffel von Star Trek Voyager. So ist es und zwar mit der Folge vom 8. Mai 1995, dem gleichen Tag, an dem auch Explorers im Fernsehen lief. Die Folge aus der letzten Woche. Faces. Wie ist das auf Deutsch, Sebastian? Von Angesicht zu Angesicht. Und Simon, ich mecke oft über den deutschen Titel, aber hier, was hätte man auch anders machen können? Aber ich finde das gut. Es ist frei übersetzt. Passt. Es ist nicht so einfach so platt Gesichter. Es ist einfach von Angesicht zu Angesicht. Da hat sich jemand mehr Gedanken gemacht als sonst. Richtig. Und das können wir mal machen. Auf Home Video, also auf Laserdisc und deutscher VHS erschien das Ganze am 24. April 1996 und auf SATA 1 lief es am 13. September 1996. Die Idee zur Episode stammt von Jonathan Glasner. Das ist kein Unbekannter in Sci-Fi-Hausen. Ein Jahr zuvor hat er an dem Relaunch von The Order Limits mitgearbeitet. Und zwei Jahre nach der heutigen Episode sollte er Stargate SG-1 mitentwickeln und als Executive Producer fungieren. Also ein vielbeschäftigter Mann in unserem Lieblingsgenre. Und hier haben wir seine einzige, weiß nicht, ob das mein Lieblingsgenre ist, aber und hier haben wir seine einzige Art, seine einzige Art, hier haben wir seine einzigartige, hier haben wir seine einzigartige, einzige Arbeit für Star Trek. Ja, Star Trek. Und er hatte nur eine kleine Idee eigentlich und dann war er auch schon wieder raus und hat sich daran gemacht, Stargate vorzubereiten. Seine Idee war, Belana läuft in eine Maschine, ja, so blüpp, 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 blüpp und die Maschine teilt sie in zwei Hälften. Na, katschang! Mensch und Klingonen. Ich werde heute nicht, keine Angst, ich werde heute nicht alles mit Soundeffekten unterlegen. Katschang! Kiching! Tching! Eigentlich eine coole Idee, finde ich. Ja, naja. Okay, da müssen wir noch drüber reden. Zu dieser Zeit stieß Ken Biller zum Autorenteam von Voyager und das ist ein Name, der in den kommenden Jahren noch von großer Bedeutung sein soll. Also merkt ihn euch, Ken Biller. Und Biller und seine Chefin Jerry Taylor fanden Glasners Konzept zu melodramatisch und rührselig, Sebastian. Ja, die beiden Hälften und dann ach und wir müssen ja miteinander auskommen und jetzt müssen wir miteinander und ich hab dich auch lieb und wir, ne, die beiden Hälften fallen sich dann in die Arme und irgendwie so. Und Jerry Taylor sagte auch, das ist aber ganz schön eine Schmonzette, ganz schön klischeehaft. Und sie war sogar dagegen, diese Idee anzukaufen. Aber man hat ja immer so Geschichtennot und dann kauft man Sachen ja doch an, Simon, ne? Ja, richtig, klar. Ja, komm, dann nehmen wir das Ding halt, geben dem mal 50 Euro und dann ist gut. Also kaufte man die Idee. Und Ken Biller erinnerte sich an die Vidians, an die Vidianer, die Brennan Braga in der Episode Phage, je nachdem wie ihr wollt, Phage eingeführt hatte. Sensors. Sensors, genau. Deren hochentwickelte medizinische Technologie wäre die perfekte Erklärung für das, was der guten Belaner zustößt. Dazu gibt es ein Zitat von Herrn Biller, Sebastian. Er sagt, das schien mir viel organischer als die Maschine, die die Diana jetzt fast gesagt, Belana teilen soll. Und überhaupt, Klingonen sind ja widerstandsfähig, wie wir gelernt haben. Die haben doppelte Organe, die können sich viel hauen und passiert nicht über Gebühr viel Schlimmes. Warum sollten die mit ihrer krassen Physis nicht die Rettung der Vidians sein, die medizinische? Ja, die Lösung für dieses Problem, wir nennen uns die Vidians, die haben ja so einen fiesen Virus, der da wütet und der dazu führt, dass die halt vor sich hin faulen. Und da musst du halt immer wieder neue Organe einsetzen, sonst ist irgendwann Schluss. Und das haben sie ja gemacht in Phage, nämlich mit Lennox. Nix. 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 Nämlich mit, nämlich, sag's nicht nochmal sonst. Nämlich mit, nämlich mit Nelix Lunge. Ja, und dem haben sie ja auch wieder die Lunge von Kes eingepflanzt, in einer ganz einfachen Prozedur, wo der Doktor, der Wolter gesagt hat, geht doch gar nicht. Und die haben gesagt, was? Ach, ihr Primitiven, ihr. Und deswegen, ne, die sind nicht nur krank, die sind auch medizinisch, krank sind die, die sind medizinisch, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sage, die sind auch medizinisch weit fortentschritten. Du bist auch krank, bist du doch. Ken Biller, nicht Biller. Ja, nee. Das kann man leicht verwechseln. Ken Biller fiel dann auch der Drehbuchjob zu. Man gab sich größte Mühe, stilistische Nähe zu diversen Toss-Episoden zu vermeiden, in denen Kirk verdoppelt wird, manchmal sogar in eine Liebe und böse Hälfte. Und neulich, Sebastian, habe ich mal wieder in alte Trick am Dienstag Folgen reingehört, um mich vorzubereiten auf unserem Bühnenauftritt. Und Kirk durch zwei, gleich Fragezeichen, war eine dieser Episoden. Das ist ein netter Zufall jetzt hier gerade. Ich glaube, das ist auch eine der wenigen Track am Dienstag Episoden, die kürzer ist, als die eigentliche Episode selbst. Das waren noch Zeiten, ey, da haben wir teilweise, ich habe auch so völlig, also erstaunt, habe ich geguckt auf Spielzeiten von 50 Minuten oder so. Mensch, da haben wir das Ding auf der linken Arschbacke, haben wir das eingenommen. Und jetzt, wenn ich das schon wieder sehe, jetzt eine halbe Stunde rum und wir sind noch nicht mal bei der Folge. Ja. Das sind halt einfach andere Zeiten gewesen, ja. Schon, ja. Ach ja. Naja, Ken Biller schreibt, schreibt, schreibt. Und eigentlich sollte die Episode auf einem Dschungelplaneten spielen. Schön, so schwitzig, dschungelig und dann so. Wow. Haben sie aber, ja. Hätte auch gut gepasst irgendwie. Und ich sage auch nachher warum. Aber aus Kostengründen wurden es dann die altbekannten Höhlen, die schon, muss man sagen, gerade im Produktionsjahr 1994, 95, sowohl drüben auf der anderen Straßenseite bei Deep Space Nine als auch bei Voyager recht überstrapaziert sind aktuell. Informanten werden da getroffen, die Kira hängt mit dem Fuß fest und alles. Es ist eine richtige Schauhöhle mittlerweile, ja. Also da ist über, da kennen wir schon alles auswendig. Jeden Gang. Hier aber verändert sich die Höhle so ein bisschen, das gehört auch zur Story dazu. Das Ganze geht aber mysteriös, mysteriös los. Entschuldigung, da habe ich eine Sache noch. Du darfst alles, Sebastian. Als Disclaimer setzen, Simon. Ja. Das hier ist die allererste Voyager-Episode, die ich gesehen habe. Oh, das ist natürlich ein sehr wichtiger Disclaimer. Interessant, interessant. Und zwar habe ich im Amerika-Urlaub 1995 am Abend unserer Ankunft in Los Angeles, spätabends im Hotel, einfach mal in froher Hoffnung den Fernseher angemacht. Und dann lief das? Ja. Und bei zurückliegenden Amerika-Urlauben hatte ich immer das Pech, dass nie Star Trek, ich habe es oft versucht, immer abends mal so gesappt, ob irgendwo eine Folge wiederholt wird, die ich noch nicht kannte. Ich glaube, einmal so Halbglück gehabt. Und in dem Urlaub war das am ersten Abend direkt Jackpot-Faces, habe ich gesehen. Und auch von Anfang an habe ich die Folge gesehen. Wow, und dann gleich so eine Folge mit so Horrorelementen auch da drin. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Okay, dann mal an den Anfang der Folge, die beginnt mysteriös. Wir sind in so einer Art Labor und irgendwer ist da an der Maschine angeschlossen. Wir können das noch nicht so richtig erkennen. Und im Hintergrund labert einer und erzählt was von Biomatrix und all sowas. Und dann sagt er irgendwann, wach auf, wach auf. Und tatsächlich erkennen wir auch schon, wer da liegt. Steht. In so einem Standkettding angekettet. Standkettding. Andreas Kreuz, sagt man. Ja, Andreas Kreuz, genau. Belana Torres, wach auf, sagt er auch. Und es ist Belana. Aber auch nicht. Aber das Gesicht, was wir sehen, ist ein vollständig klingonisches Gesicht. Und so kennen wir sie ja nicht. Und dann ist auch schon der Teaser vorbei. Und wir gehen in den Vorspann. Simon, wir haben ja einen, wie ich finde, typischen Voyager-Teaser. Das kommt später mehr. Bei Next Generation war das noch nicht so krass. Wir haben einen super kurzen Teaser. Wir gehen ohne Vorgeschichte in Medias Res. Wir werden ins kalte Wasser geschmissen. Und wir bekommen so ein ganz scharfes Cliffhanger-Informationshäppchen, was uns so anfüttert. Und nach 30 Sekunden geht es dann in den Vorspann. Wobei Deep Space Nine schon mal sechs Minuten gelabert wird, ist das eine ganz andere Art und Weise, einen Teaser zu machen, die Voyager jetzt hier anfängt zu kultivieren. Und das finde ich schön. Das macht Voyager zu einer individuellen Serie, die auch so Alleinstellungsmerkmale wie eben sowas hier sucht. Finde ich gut. Ist auch ein gelungener Teaser, finde ich. Also du bist dann schon gespannt, was geht denn da los? Was ist denn da, was ist denn mit der Belana passiert? Und es hat, setzt auch gleich schon die Stimmung für die Episode, zumindest teilweise in der Episode, das weiß ich nicht, so ein bisschen so dieses Frankenstein-Style und so. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Nach dem Vorspann sind wir erstmal wieder auf der Voyager. Und wir befinden uns, habe ich lachen müssen, im Avery-System. Ja, diese Woche, im Avery-System. Oder? Das fand ich irgendwie cool. Ja, weil ich finde, es sollte ein Avery-System auch geben. Ja. Es gibt auch ein Avery-System. In diesem System laufen manche Dinge anders als bei anderen Menschen. Ja, aber es ist ein toller Ort, finde ich. Und da kann man gerne auch mal hin, aber auch vielleicht dann irgendwann mal wieder rausfliegen. Wer da rausgeflogen ist, das auf eine Außenmission nehme ich. Das sind Paris, Taurus und jetzt haltet euch fest, Lieutenant Durst. Lieutenant Durst. Den haben wir letzte Woche mal kennengelernt. Nee, vor zwei Wochen bei Trek am Dienstag. So ist es. Letzte Woche bei Voyager. Und da war so ein roter Hering in der Geschichte, wo Chakotas Katra am Wandern war. Der hatte nicht ein Ei am Wandern, der hatte eine Katra am Wandern, der Chakotay. Und auf einmal stand da dieser Durst, den Simon folgerichtig identifiziert hat als jemanden, der später noch bei Deep Space Nine eine unvergessliche Gastrolle haben wird. Also ich konnte mich überhaupt nicht an diese Folge erinnern, obwohl ich sie gesehen haben muss, weil die ersten Staffeln Voyager habe ich schon komplett gesehen. Aber ich konnte mich da überhaupt nicht mehr daran erinnern, an den Durst. Jetzt ist er wieder da. Aber als ich dann erfahren habe, Paris, Taurus und Durst sind da unterwegs, wusste ich, der Durst wird diese Folge nicht überleben. Ansonsten wären es nämlich Paris, Taurus und der Großvater oder so. Oder Paris, Taurus und Kim oder so. Dann würde ich denken, Kim passiert irgendwas Schlimmes. Aber Durst, klar, das ist das letzte Mal, dass wir den Durst jetzt sehen. Aber wie cool, Simon, ist das, dass es jetzt hier nicht heißt, es ist Lieutenant Hawkins, von dem wir noch nie vorher gehört haben, noch nie vorher gehört haben. Und mit dem passiert dann irgendwas? Nee, es ist Durst. Und der hatte zwar keine große Rolle in Cathexys, aber er ist schon mit Leben erfüllt in gewisser Weise. Es ist auch ein guter Schauspieler, der ihn spielt. Also ich weiß nicht, gut ist jetzt relativ, aber zumindest ein Schauspieler, der einfach in Erinnerung bleibt. Der hat doch so eine besondere Stimme irgendwie und so ein besonderes Aussehen. Und finde ich cool, dass sie den eingeführt haben. Bestimme ich dir hundertprozentig zu. Ich habe mir aber auch gedacht, Sebastian, ich würde, glaube ich, nicht mehr auf Außensmissionen fliegen bei Voyager. Weil immer, wenn das passiert, geht was schief. Da kommen sie nie komplett wieder oder kommen gar nicht oder irgendwas Schlimmes passiert. Also Außensmissionen bei Voyager, die stehen nicht unter einem guten Avery-Stern. Das ist aktuell ein Handlungs-Trope, was sie sehr, sehr oft bedienen. Es gehen immer so zwei oder drei Verschütt. Ja. Aber es muss noch nicht mal eine Außenmission sein. Du kannst auch einfach aufs Holodeck gehen und gucken, was macht der Harald eigentlich? Bist auch weg. Also Voyager ist schon gefährlich. Viel gefährlicheres Plaster als Deep Space Nine. Da kannst du dir übrigens mal eine Alkoholvergiftung im Quarks holen, aber das war es auch schon. So ist es, ja. Aber wir beginnen die Folge trotzdem erst mal mit so einem kleinen Schwank aus der Komböse. Denn der Nilex, Gott habe ihn sehen, ne, der lebt ja noch. Was? Möge man ihn preisen und ehren, wollte ich jetzt mal so sagen. Der will ja immer was Gutes tun für die Leute, damit die Stimmung nicht aus dem Ruder läuft. Und jetzt hat es den Großvater vorgenommen heute und hat ihm vulkanische Plomeksuppe gemacht. Bekannt aus der Folge Amogtime, der Original-Serie. Und der Tuvok sagt, das wäre doch nie nötig gewesen. Ja, Nilex, das wäre doch nie nötig gewesen. Aber er sagt es natürlich auf seine trockene vulkanische Art, weil er sagt auch eigentlich, ich sollte das essen, was die restliche Crew auch isst. Aber Nilex meint, nee, das ist ein Special Treat. Gönn dir, Tuvok. Sei mal ein Gönnjamin einfach jetzt hier und tu dir mal diese Plomiksuppe weg, weil jeder sollte ab und an auf diesem Schiff, das so weit nach Hause fliegen muss, ab und an mal ein bisschen was von zu Hause zu essen bekommen. Und bitte sehr. Ja, wie der Willig macht er das dann auch, probiert die Suppe. Man sieht aber schon sehr, sehr schnell, dass sie ihm nicht so mundet. Ja, so, ist das scharf, sagt er. Pikant. Pikant. Pikant ist ein geiles Wort. Rather pikant. Ja, das ist, also die Delivery hier von Tim Russ, die ist absolut großartig, muss ich sagen. Und Nilex erklärt das so, er hat die Suppe gekocht, möglichst originalgetreu, hat sie dann probiert und meinte, die ist zu fad. Ich hab's mal ein bisschen nachgewürzt. Und Duvok sagt dann mit Recht auch, auf der einen Seite willst du mir hier Geschmack aus der Heimat servieren und da machst du sowas. Ja, also ich hab auch, mir fallen auch Gerichte ein von meiner Oma, die ich echt gerne gegessen habe. Und wenn ich die serviert bekomme, dann möchte ich, dass die auch so schmecken wie damals. Ja, da soll kein Shishi drauf sein oder sonst irgendwas. Sonst ist ja dieses Heimatgefühl nicht da. Und ja, da ist Nilex wieder sehr ambivalent unterwegs hier. Nett, aber auch wieder egoistisch, weil er es wieder so macht, wie er es haben will. Ja, aber sich auch darüber so freut, auf seine Nilex-Art, weil, wo dann Duvok das Gesicht verzieht und sagt pikant, da sagt Nilex, ja, feurig, nicht wahr? Er ist voller guter Dinge. Er denkt sich, ich hab's doch richtig Plummig-Suppe à la Nilex. Und ich sag jetzt schon, die Lieblingszene, also meine Lieblingszene aus dieser Folge, tatsächlich. Denn es geht ja jetzt so, also Tuvok wird jetzt gerettet aus dieser Awkward-Situation. Er muss auf die Brücke, weil natürlich was passiert ist. Aber wir bleiben noch bei Nilex, der dann erst mal diesen Löffel sich anguckt, den dann weglegt und den Teller in die Hand nimmt und dann so aus dem Teller trinkt. Ja, weiß ich. Das ist bestimmt spontan gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so gesagt hat. Das ist, glaube ich, Ethan Phillips hier gewesen, der das dann probiert und dann auch so, weil er es auch einfach zu hot findet. Aber er dann trotzdem sagt, zu Hause ist es am schönsten. Ja, die Reaktion, die er macht, so kann das nur ein Ethan Phillips. Er ist erst so ein bisschen überrascht auf, wie scharf es wirklich ist. Dann findet er es geil. Und dann stößt er auf. Auch mal so. Ja, das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Sehr schön, ja. Wir erfahren auch, was wir, das müssen wir mal fürs Protokoll festhalten, wir erfahren auch die Lieblingsgerichte vom Fred und vom Eugen. Der Fred, dem hat er nämlich schon einen Mais-Salat gemacht. Das finde ich jetzt so ein bisschen spartanisch, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre Champignonsuppe. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Nee, also er hat Mais-Salat für Choco-Hotel gemacht. Weiß auch nicht. Das ist Spätjahres-Mais. Das ist ganz besonders so. Ich weiß auch nicht. Mais ist auch irgendwie, ja, schmeckt ja nicht schlecht, aber das ist auch so ein Nahrungsmittel, was mich immer mit seiner Eigenschaft irritiert. und das ist so unverdaut, den Körper wieder verlässt. Du nix wissend, ja. Ich bin auch nicht so der Mais. Mais ist ja wirklich überall drin gefühlt, weil es auch super günstig ist, also in den verarbeiteten Lebensmitteln. Und ich bin auch nicht so der große Mais-Fan, muss ich sagen. Also Popcorn mag ich. So gesalzenes Popcorn, das finde ich echt gut, aber nee. Na gut, und was ist beim Eugen? Oh, Karamellpopcorn von Werters, Simon. Oh, keine Werbung, sondern echt. Ja, so süß. Ja, aber süßes Popcorn, das habe ich nie so, ich mag das Salzige so, mit Butter. Das ist immer auch ein bisschen salzig. Ja, dann. Ja, das ist so salzig-karamellig. Ja, okay. Ja, und der Eugen hat, der bestellt immer den Elvis Aaron Presley Special. Der kriegt nämlich Erdnussbutter und Gelee-Sandwiches, ja. Das ist fein tatsächlich. Also ich kann sowas nicht essen, weil sonst platze ich irgendwann mal, wenn ich noch sowas in meine Diät reinhaue. In meine Diät, in meinen Speiseplan, sorry für die ganzen Anglizismen heute. Ja. Aber das ist... Sagt mir zu krass. Also ich mag den Geschmack, ich mag auch dieses süß-salzige so, mag ich schon gern, aber das kann man halt nur ganz selten mal essen. Naja. Oder ganz häufig. Und dann gehst du wegen so einem Sandwich zum Koch, das kannst du ja auch selber machen. Tja, das ist echt die Frage. Das ist wirklich die Frage. Kein Bock, das Zoosbrustpackung aufzumachen. Das ist immer so anstrengend. Dann steht der Nielix da und schmiert dann da so ganz, dass er auch nicht sagt, es ist jetzt ein bisschen, weißt du, ich habe jetzt ja sonst was studiert und jetzt schmiere ich hier Perle, wie man hier sagt, in Lüdenscheid und Umgebung. Naja. Ja. Aber jetzt auf der Brücke, Sebastian. Was ist denn da schon wieder los? Klar, die drei sind irgendwie nicht zurückgekommen von der Mission. Jetzt guckt man, die sind nicht zu den Koordinaten hingelaufen. Dann sind die bestimmt noch unterirdisch, weil es waren ja Höhlen. Und jetzt misst man da rum und stellt fest, dass sich da ein Tunnel verschoben hat um 75 Grad und dass sich da so eine Felswand auch verändert hat. Und Simon in meinen Notizen steht, jetzt müssen die Alarmsirenen heulen. Weil, als man das letzte Mal mit sich verändernden und verschiebenden Tunnels zu tun hatte, Simon, da hatte man es mit den Vidians zu tun. Und die sind, das habe ich echt vergessen, am Anfang ihrer Star Trek Karriere sind sie so die Labyrinthmeister. So ganz dezent, später vergisst man das ein wenig. Aber eigentlich hätte ich jetzt hier erwartet, vom Großvater, vom Harald und von der Janeway, dass sie sagen, das könnten die Vidians sein. Obacht. Aber man braucht noch lange, 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 viel zu lange, braucht man noch, um sich das zu erarbeiten. Zuerst denkt man, das ist aber komisch, denkt man. Und dann denkt man, in der Gestalt eines Fred Chakotay, na gut, dann müssen wir mal da runtergehen und gucken, dann sind die bestimmt da. Natürlich sind die Sensoren mal wieder blockiert, das ist auch oft so. Ziemlich, die sollten diesen Supersensor wieder gleichschalten, weißt du, um da durchzugucken. Aber das hat man auch schon wieder vergessen. Jedenfalls, na gut, dann gehen wir mal da runter. Ja, der Kim hat noch so eine Art Anfall von Tourette. Was können wir denn da machen? Und der macht Brotkrumm. Und alle gucken ihn so an. Was hat er denn? Ja, ich könnte so Subraumtransponder da so auslegen. Ach so, ja, wie Brotkrumm, mein Janeway. Ja, ja, ja. Bradcrumbs. Ja, okay. Danke, ja. Janeway. Und, also, machen wir einen auf Hänsel und Gretel. Also, ich will mich nicht über Tourette lustig machen, das war, nee, natürlich nicht. Entschuldigung, ne, also, das ist scheiße, wenn man das hat. Wir machen uns nicht über Tourette lustig, wir machen uns über alles einfach lustig, ihr kennt uns ja, am meisten sogar über uns. Na gut, also jetzt wollen die, wollen die da runtergehen, mit, mit Brotkrummeln, hat bei Hänsel und Gretel ja auch super geklappt, die Idee. Und, also durch dieses Transponder im Grunde kann man den Schackels dann da rausbeamen, wenn da irgendwie was Schlimmes passiert. Ja. Tuvok und Kim kommen mit auf die Mission, aber bevor wir sehen, was den drei wieder fährt. Das ist wieder das Dream Team, ne? Das ist das Dream Team. Die auch im Hulodeck neulich weg waren. Tuvok, Kim und Chakotay. Die drei Herren von der Tankstelle. Ja, die drei Herren vom Grill. Ja, der Paris fühlt sich dann immer so ein bisschen außen vor, weil er wäre ja auch so ein Herr. Ja, aber der Paris, das ist noch nicht ganz verziehen hier, was der da gemacht hat. Das muss ich noch weiter beweisen. Keine Ahnung. Ja. Jetzt schalten wir aber in diese Kammer vom Anfang, ja, und dort hockt eben eine äußerst, klingonisch aussehende Belana, also eine sehr klingonisch aussehende Belana, eine total klingonisch aussehende Belana sozusagen, mit auch diesen typischen Lursa und Bitor Haaren, ja, und auch den, ich wollte jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen schlechten Zähnen, aber mit den Klingonen Zähnen, also den besonderen, nach Kannibalen Art zugeschleiften, spitzen Klingonen Zähnen und einen anderen Typen. So, und dieser andere Typ, der sieht, der sieht ja aus, Sebastian Denkmann ist ein Vidianer. Das ist ein Vidianer, der ist so richtig vergnolcht, möchte ich sagen, aber die Gnolch war ja was anderes, Entschuldigung, ich möchte nicht dasselbe Wort für unterliegen, was ist er denn, er hat einen Kochtopf geküsst, so, und er stellt sich vor, als Sulan, der Chefchirurg der vidianischen Sodalität, Sodality, weiß ich auch nicht, irgendwie sowas, die Solidarität, die vom paritätischen Bund, von den Vidians, kommen da, und da haben wir jetzt also so einen verrückten Professor, der auch so quasi modomäßig irgendwie entstellt ist, ja, und der hat da jetzt irgendwas in seinem Labor gezüchtet, und es ist eine klingonische Bellana, und Simon, da sind wir doch mitten im klassischen Horror, und wenn ich sage klassischer Horror, dann gehe ich wirklich fast schon in die Horrorliteratur zurück, aber auch in die Universal-Filme der 30er Jahre, Ja, genau, so ein Monsterfilm, oder in Pre-Code-Filme, wo so monstermäßige, sowas läuft jetzt hier gerade auch da unten, da habe ich auch sofort dran gedacht, also hätten sie das Ganze schwarz-weiß gemacht, dann hätte es komplett gepasst, und ja, also man denkt auch an Frankenstein, aber nicht an die Literaturvorlage Frankenstein, sondern eben an die Vermonsterung dieser Filme, wo ja auch alles so ein bisschen zusammengeschmissen wurde. Ja, und ich habe nachher auch sogar rausgefunden, welchen Film man, glaube ich, versucht hat hier komplett zu treffen, und das macht mich fast ein bisschen traurig, dass ich den nicht für die nächste Zauberlaterne rausgesucht habe. Hätte gut gepasst, ja, ich glaube ich weiß welchen Film du meinst, aber ja, enthüll das mal später. Kommt später, wenn dann die entsprechende Szene ist, ja, aber das kann man nicht immer so gut planen, wie das so ineinander greift. Belana möchte natürlich wissen, was hier läuft, und man merkt auch schon an der Art, wie sie spricht, das ist dieses gedrungene Klingonische, was passiert hier mit mir? Ja, also eher dieses aggressive, langsame, durch die Zähne auch leicht verfremdete, aber es ist Belana, also sie ist ganz klar zu erkennen, und die möchte wissen, was jetzt hier Phase ist, was soll denn das Ganze mal, und der Sulan, der, das ist wie beim Barbier, Sebastian, der hat so einen Spiegel am Start, dass man da auch mal gucken kann, und ja, dann zeigt er ihr diesen Spiegel, und dann ist natürlich das Entsetzen groß. Sie sagt, du hast mich verändert, ich sehe aus wie eine Klingonin, und du hast das gerade schon gesagt, das ist das Langsame, was sie auch hier macht, ich habe fast an zwei oder drei Stellen befürchtet, wir gingen jetzt in Hailing-Us-Territorium, aber das ist nicht der Fall, Simon, weil sie sagt auch hier so, I look like a Klingon. Genau so. Ja, das ist langsam, und das erinnert mich verrückterweise ein bisschen an eine, die du gerade schon genamedroppt hast, nämlich an Lursa, wie sie von Barbara March gespielt wird. Ich glaube, da musste sich vorher mal eine Kassette von angeguckt haben, von der, aber das legt sich ja, diese Langsamkeit, und es ist sogar einigermaßen erklärt, weil hier wird sie noch wach, und ist benommen von was auch immer ihr widerfahren ist, später kriegt sie noch eine schlimme Krankheit verabreicht, aber später, als sie sich so ein bisschen gefunden hat als Klingonin, da redet sie ja normal schnell, und dann ist dieses Langsame da raus, und da habe ich gedacht, ach so, alles klar, ja, dann verstehe ich das, was sie damit wollte. Also ich finde das interessant, wie Roxanne Dawson das hier spielt, es ist schon deutlich anders als Belana Torres, so wie wir sie kennen, es ist ein anderer Charakter, der aber noch genug von Belana in sich hat, dass es nicht völlig irgendwie komisch wirkt, ja, und ich finde, das ist genau richtig, wie die das trifft, und es ist auch wichtig, dass sie nicht so spricht wie Belana, also das haben sie schon echt gut hingekriegt. Jetzt will der Sulan, möchte ein bisschen was von ihr wissen, sie will natürlich nicht kooperieren, will auch wissen, was ist mit Paris, was ist mit Durst, wo sind die hin, wo sind die hin, und dann schlägt sie so eine Art Spiel vor, er soll eine Frage beantworten, dann soll sie eine Frage beantworten, und darauf lässt er sich ein, der Sulan, und dann ist natürlich ihre erste Frage, die sie stellt, was zum Teufel hast du hier mit mir angestellt? Ich habe dein Genom verändert, du bist jetzt reine Klingonin, und zwar haben wir dich so genommen, dein klingonisches genetisches Material, haben das in das Genetron gesteckt, das ist dieses Zaubergerät, was du auch nicht so richtig seht. Der Hildegard-Orgon-Akkumulator ist das. Dankeschön, der Hildegard-Orgon-Akkumulator der Woche, und da wurde das dann von Materie in Energie verwandelt, und dann bist du rematerialisiert als reine Klingonin. Er unterschlägt dir hier eine Information, was da noch mal passiert ist, mit in dem Hildegard-Orgon-Akkumulator, aber darum geht es ihm jetzt hier auch nicht. Warum hast du das getan? Ist interessant, dass ich noch eine zweite Frage stellen darf, und er die auch noch beantwortet. Ja, deswegen hier, weil ich bin ein Vilianer, und wir haben diese schlimme Krankheit, und wir suchen eine Spezies, die dagegen immun sein könnte, dann können wir nämlich rausfinden, warum diese Spezies immun ist, und das dann irgendwie für uns benutzen, also als Heilmittel. Und Klingonen, du hast es schon gesagt, also Klingonen, super fit und alles, richtig stark, ja, und vielleicht sind ja Klingonen immun, aber Belana Torres ist ja nur eine Halbklingonin, so wie wir sie kennen, und deswegen hat er gesagt, mussten wir das halt so machen, dass wir dich zu einer reinrassigen Klingonin verwandeln. Schwieriges Wort, aber ja. Schwieriges Wort, aber es trifft es ja hier, eine reinrassige, ich spreche das jetzt auch deswegen so übertrieben aus, ja, wenn man das so selten auch sagt, was auch gut ist, ja, aber eine reinrassige Klingonin, und deswegen haben wir das gemacht, und ja, du bist unsere größte Hoffnung im Übrigen. Und, da wollen wir doch mal gucken, wie das so wird mit dir, und der Phage, unserer speziellen Krankheit dir, denn ich habe dich damit angesteckt. Und dann schreit sie auch, oder brüllt er, das ist so ein animalisches, und ja, das ist ja nicht so nett von ihm gewesen. Das ist überhaupt nicht nett, und mit diesem Gebrüll gehen wir mal in die, ja, in die Gefangenenbaracken, Simon, ne, dann hat es so ein bisschen was vom, vom Billy Walder, vom Stahlach 17, wo wir jetzt hier reingehen, ne. Ich mag das immer, wenn du mit den, mit den alten Schinken ankommst, herrlich. Ja, da sind so ein paar Leute, ne, in diesem Gefängnis, auch ein Thalaxianer unter anderem, den lernen wir gleich kennen, aber auch Paris und Durs, die werden da gerade abgeführt, und ja, spätestens da ist klar, okay, der Durs, der kann schon mal, ähm, sein Testament abgeben, aber, die sind dann da, sind so Betten auch, und, müssen da hart arbeiten. Ich schlafe oben, hat er gesagt, der Durs. Entschuldigung. Ich, ich schlafe oben. Ich schlafe oben, ja. Pete heißt er übrigens, Pete Durs, das würde ich ja auch nochmal sagen, Pete, finde ich auch geil, ein geiler Name, Pete Durs. Wie ist dieser Sänger von Limp Bizkit, Fred Durs, ne, das hier ist sein Bruder, Pete Durst. Pete, auch so ein total, untypischer Star Trek Vornamen, weißt du, die Leute, dass man einen der Pete heißt, ich wünschte, es gäbe mal einen der Pete heißt, Pete Chakotay, wäre auch gut gewesen, der so durchhält auch so eine Serie, ja. Oder Fred oder so, also diese schönen, einfach diese schönen Namen. Oder so ein Admiral, so wie der Pete Thornton bei MacGyver, ist ja auch so ein wichtiger Pete eigentlich, ja, ein entscheidungsgewaltiger Pete, fände ich gut, wenn es mal so ein Admiral Pete gäbe, aber es ist eine vertane Chance. Also Peter Durst hier halt. Ja. Und die beiden sagen natürlich, boah, wir müssen hier raus, wir müssen hier fliehen, wir müssen auch Belana finden und irgendwie einfach entkommen. Und da, hören Sie, ein Lachen über sich, im oberen Stockbett. Es hat nämlich jemand gelauscht und jetzt sehen wir eben einen Talaxianer, also einen Nelix. So einen dünnen Nelix irgendwie. Nelix ist ja eher so ein feister Talaxianer, Talaxianer, der auch keinen Hals hat, so richtig eigentlich. Aber der Talaxianer, den wir jetzt hier sehen, der hat einen Hals und der wird gespielt von Rob LaBelle. Und sieh mal, gib mal Rob LaBelle bei Google ein. Es wird dir wie schuppend von den Haaren fallen, dass es dieser Schauspieler ist, weil den hat ohne Witz jeder von euch schon mal gesehen. Und der spielt jetzt hier einen Talaxianer. Ah, Rob LaBelle. So wird er geschrieben. LaBelle. Ja. Gebe ich jetzt mal einen. Natürlich kennt man den. Oder den hast du schon in tausend Sachen gesehen eigentlich. Natürlich kennt man den. Ja. Auch mehrfach in Star Trek, oder? Ja. Ja. Kann sein, ja. Später noch, ja. Kafar in das Wurmlauch zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall so ein Gesicht, das siehst du. Und das ist nicht ganz so krass wie Dick Miller. Aber wenn du den ohne Talaxianer-Get-Up siehst, dann denkst du sofort, ja, klar. Er. Ich finde das aber auch super, dass er dünn ist. Weil wir erfahren, er ist seit sechs Jahren da. Und da gibt es ja jetzt nicht jeden Abend irgendwie ein Sechs-Gänge-Menü. Sondern da kriegst du wahrscheinlich so eine. Das ist ja ein großes Abendmahl, Simon. Ein großes Abendmahl. Kriegst du wahrscheinlich so eine versalzene Suppe und ein kantenschibbeliges Brot. Und dann bist du halt so dünn. Und wir erfahren auch hier, dass die Vedianer zum einen natürlich Leute benutzen als Organersatzteillager, wenn du so willst. Zum anderen aber auch als Arbeitskräfte, um das mal euphemisierend zu sagen. Die nämlich sollen Tunnel graben. Die Tunnels, die müssen ja irgendwie entstehen, weil das sind ja so Tunnelleute. Und dafür sind diese Jungs da. Das sind Bergarbeiter, wie der Willen. Der verstrickt sich auch ein bisschen in Widersprüchen, der Talaxianer, wie ich finde. Weil er sagt, hier kommt keiner raus. Und wenn du was machst, dann reißen die dir, die sind so brutal und so stark, die reißen dir das Herz raus. Die reißen dir das Herz raus. Und dann sagt er, aber sie sind so schwach, dass wir ihre Tunnel graben müssen. Sagt er drei Sätze später. Und dann habe ich gedacht, ja, was sind die denn jetzt? Stark oder schwach? Entscheide dich. Aber wahrscheinlich spricht er schon die Unterzuckerung aus ihm, oder? Wahrscheinlich. Sieht auch ein bisschen blass aus, ne? Also von daher könnte das ja auch so sein. Und er ist der letzte Überlebende, ne? Richtig. Er hat ja eine ganze Crew gehabt und, weiß ich nicht, über zehn Leuten oder so. Und er ist dann... 23. 23 sogar. 23 Leute und er ist der letzte. Und da kann man sich ja mal denken, wie man sich da fühlen muss. Und diese sechs Jahre, die werden die Hölle gewesen sein, ne? Also das muss man jetzt auch bei aller Lustigkeit sagen. Weil der Talaxianer sind immer irgendwie ein bisschen lustig. Aber dem ist es echt nicht gut gegangen. Und ich finde, das kommt auch gut rüber. Ja, da du dich ja auskennst hier, sag mal, weißt du, wo du... Weißt du, wo Belana ist? Naja, wenn die nicht hier ist, dann ist die wahrscheinlich ins Hospital gebracht worden, wie es in The Black Hole heißen würde, ja? Ja, in die Organverarbeitung. Ja, und da kommst du nicht mehr raus. Nee. Das wissen wir. Dann wirst du da zerlegt und dann hilfst du, dass irgendwie 20, 30, 40, 50 Vidianer weiter bestehen. Düster, Simon. Düster, diese Vorstellung. Schlimm. Und als ich diese Folge das erste Mal gesehen habe, als allererste Voyager-Folge, habe ich auch gedacht, oh, Voyager nimmt aber keine Gefangenen, ne? Nee. Das ist eine, muss man sagen, ja. Das ist eine deftige... Die wird auch noch deftiger, tatsächlich. Die wird noch deftiger, wie ich entzückt dann sehen durfte. Naja. Ja. Jetzt schalten wir mal zum anderen Team, nämlich Kim Chikote und Tuvok. Und die sind in diesen Tunnels unterwegs und scannen, bis die Balgen sich biegen da, ja? Und dann hören wir irgendwann mal Tuvok rufen. So, ey, ich habe was gefunden. Und ich musste da lachen. Weil Tuvok klingt da völlig anders als Tuvok. Tuvok ist ja immer so, I have found something. So redet er ja eher, ne? Und da ist aber einmal so, hört sich so, Commander, komm hier. Das klang irgendwie so. Der hat noch so ein bisschen Brennestuhl von der heißen Plommig-Suppe. Deswegen geht er noch etwas. Oh, Commander. I have Nelix Plommig-Suppe. Von Nelix Plommig-Suppe hast du immer zweimal was, sagt er. Und ja, das ist auch schön. Wir hören auch irgendwann mal so ein Geschrei oder so ein Tierruf von oben. Und Flop, 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 Flop macht das dann. Und Harry guckt auch hoch. Oh, was ist hier denn los? Also, es ist eine schöne Höhle. Die Höhle haben sie auch mal nass gemacht, Simon. Ja. Damit die so ein bisschen dimensionaler aussieht. Also, ich glaube, sie hatten schon auf dem Zettel, dass die Höhlen langsam so ein bisschen ... Man muss was machen. Man muss, um die Höhle overzubringen, ja? So eine milde Variante von The Descent, Sebastian, die wir hier sehen, ja? Ja, ich meine, die Videaner, die hätten da ja auch locker mitspielen können. Da ist ja natürlich aus Ähnlichkeit da zu diesen Höhlenwesen. In dem Horrorfilm, den wir in der Zauberlaterne besprochen haben, vor einigen Monaten. Ja. Oh ja, kontrovers besprochen haben. Kontrovers haben wir das besprochen, ja. Ja, der Tuvok hat Spuren gefunden. Fünf Lebenssignale. Harry hat so einen Bill-Moment, ja? Dass er ja nicht in die Kamera guckt, ist auch alles. Der sagt, aber das sind doch nur drei gewesen. Fünf? Wie, nur ist es drei? Sind es zwei? Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass der Fred sagt, das wissen wir, Harry. Das wäre gut gewesen, aber ... Naja. Any luck yet to walk? Das sagt er aber nicht. Und er sagt stattdessen ... Entschuldigung. Macht nichts. Wie geht es jetzt hier weiter? Gar nicht, glaube ich. Die sagen jetzt, ja, müssen wir mal gucken. Und jetzt schalten wir wieder in das Labor des Zulon. Und da schwitzt die Bellana wie verrückt gegen die Fage an. Ja, die ist so festgeschnallt. Unser Suvok-Horrorarzt, ja, der steht daneben. Und er kommt hinzu und sagt ... Suvok vor allen Dingen. Wie hieß er nochmal? Surek? Sula. Sula, genau, so ähnlich jedenfalls. Der Horrorarzt halt. Der kommt dann da rein und ... Der Horrorarzt. Bellana, wie geht's dir? Geht's dir gut? Nee, geht mir überhaupt nicht gut. Und er sagt auch ... Wir erfahren so ein bisschen mehr über die Fage, wie das dann losgeht. Und zwar ... Gelenkschmerzen sind das. So, und jeder, der mal so eine richtig fette Grippe hatte oder eine fette Erkältung oder Corona oder so was, der weiß, Gelenkschmerzen können ein Teil davon sein. Die sind äußerst unangenehm. Aber hier ist es wohl so schlimm, sagt er, dass es Leute gibt unter den Vidianern, die schon an diesen Schmerzen sterben, Sebastian. Weil das so schlimm sind, dass sie in so einen nervösen Schock dann fallen. Und das war's dann. Da brauchst du auch keinen Vic Medi-Night dann ... Das hilft nicht, nee. Das hilft gar nicht. Fühlst du dich vielleicht ein bisschen besser, aber na ja. Interessant ist, dass Bellana so durch ihre Zähne rauspresst. Alles ist in Ordnung. Geht gut. Und da ist er schon ... Er findet das ... Also jetzt schlägt das in so eine Bewunderung um. Vorher war sie so sein Testobjekt, seine Laborratte. Aber jetzt denkt er, wow. Also die ist aber ... Die kann aber ganz schön was ab. Und ich freu mich, freu mich, dass du die Fage so wirksam bekämpfst. Und sie sagt auch, ja, wie schön für dich. Ja, und jetzt wird's richtig creepy, ne? Also er sagt schon so, mein Volk wird dich als Heldin verehren irgendwann. Du bist doch stolz, Klingonin zu sein. Du musst mir doch danken, dass ich dich umgewandelt habe. Dass ich dich rein, rein rassig gemacht habe. Und jetzt geht's dann auch noch auf so eine widerliche, ja, schon sexuelle Ebene, wo er dann ihre wundervolle Gestalt hervorhebt und sagt, du bist eine beeindruckende Spezies. Und ich hab das gefeiert, Sebastian, weil es wird jetzt unangenehm. Es wird jetzt richtig unangenehm. Und du hast diesen verrückten Wissenschaftler, der jetzt auch noch super bedrohlich, noch mal bedrohlicher wird, weil er auch noch irgendwie was von ihr will und so. Und das ist natürlich, das feuert jetzt auf allen Zylindern, diese Szene für so einen alten Horrorfan wie mich. Finde ich gut. Finde ich auch super. Und es wird auch gleich noch mal eindeutiger. Und dann hau ich auch raus, wo ich denke, wo das Ganze herkommt eigentlich. Und jetzt sagt er auch, jetzt klingst du auf einmal so stolz, weil sie sagt, ach, Klingonen, die finden ihre Ehre nicht, als Krieger nicht so auf dem Untersuchungsstück. Aha, vorhin warst du noch so ein bisschen angewidert, dass ich dich zur Klingonin rückverwandelt habe. Und jetzt bist du stolz darauf. Das kannst du mir mal danken. Aber du bist auch eine stolze Person, die das nicht zugeben wird. Aber du kannst auch stolz sein, so schön, wie du bist. Denn ihr seid eine so bemerkenswerte Spezies. Also da kommt so viel. So Psycho jetzt so. Also das finde ich echt gut. Ich finde die Dialoge so süffig irgendwie, so überreif. So, ach, das tut mir gut, wenn das zu hören. Und jetzt gibt es einen harten Cut. Und wir sind beim Tom Paris, der da in diesen Betten liegt. Und der wird aufgeweckt von Belana Torres. Belana Torres sagt, Tom, Tom, wach auf. Und jetzt sehen wir Torres. Also die eine war Belana. Das ist jetzt Torres. Denn da fehlt jegliche klingonische Spur. Wir sehen hier Roxanne Dawson, so wie Roxanne Dawson aussieht und nicht wie Belana Torres aussieht. Und da habe ich gedacht, das ist ein cooler Swerve. Damit habe ich nicht gerechnet, Sebastian. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mich auch nicht daran erinnert, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, das ist jetzt so diese Geschichte. Okay, wir haben jetzt sie auf Full Klingonin umgebaut. Und dann irgendwann kommt es natürlich wieder zurück. Aber dass wir jetzt diese, ich will schon sagen, Zellteilung, das trifft es nicht ganz. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Belana durch Torres durch zwei gleich Belana plus Torres. Und das hat mich wirklich überrascht. Fahre ich gut. Ja. Super. Das kommt auch erst nach einer Viertelstunde, dass wir so die volle Tragweite dessen erkennen, und was das Sulan hier gemacht hat. Komisch jedoch finde ich, dass der als einen Wissenschaftler, den ich doch für sehr gründlich halte, dass er so die eine Hälfte des großen Experiments nicht da behält, sondern sagt, ja, dann tu die mal weg in die Minen oder so. Sie werden die Minen verhungern bestimmt irgendwie oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber eigentlich, ich weiß nicht, wenn ich so drauf wäre wie das Sulan, ich würde die ja auch da behalten und dann die mal so nach nebenan legen für die nächste Versuchsreihe oder so, oder? Na gut, aber sie ist ja ein Mensch. Und bei den Menschen wissen sie, dass das nicht funktioniert. Die sind halt auch... Aber man hätte sie quasi ins Ersatzteillager tun sollen. Ich meine, die Gefahr ist ja immer noch da, dass das passiert. Aber so weit denkt er nicht. Der will halt die starke Klingonin haben und der will nichts mit diesem schwachen Menschlein anfangen und lass die schuften und dann gucken wir mal. Und Paris fragt auch, was ist ja mit dir los? Wie siehst du denn aus? Das gibt es ja gar nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin ohnmächtig geworden. Und sie haben irgendwie gesagt, sie hätten meine klingonische DNS komplett extrahiert. Und ich fühle mich auch irgendwie schwach. Und gibt es gar nicht. Paris will sie so ein bisschen trösten. Ja, weil sie fängt jetzt an zu erzählen. Sie hat jetzt was zu sagen einfach. Also da ist jetzt, sie ist im Ausnahmezustand, im Emotionalen. Und sagt, Mensch, als ich ein Kind war, da wollte ich immer meine Stirn verbergen. Ich wollte nicht zeigen, dass ich auch klingonisches Blut in mir habe. Ich glaube, Paris macht dann irgendwie so einen belanglosen Witz über seine Stirn. Ich weiß es nicht mehr genau. Er sagt immer, mein Vater hat mir immer die Haare zu Hause selbst geschnitten. Der hat mich gar nicht zum Friseur geschickt. Und deswegen bin ich immer am ersten Schultag mit einer Kappe in die Schule gegangen, weil das sah so scheiße aus. Das war mir peinlich. Genau so, Paris. Genau so hat sich der Belana gefühlt. Also es ist so ein komischer, ich fand den ein bisschen komisch. Aber er scheint jetzt zu funktionieren. Sie entspannt sich ein bisschen und erzählt dann, was aus ihrer Vergangenheit. Sie erzählt, sie war in so einer Kolonie. Mit ihrer Mutter hat sie da gelebt. Und sie war schon immer die Außenseiterin, weil sie war die Einzige mit klingonischem Blut da. Und sie fühlte sich anders. Sie fühlte sich ausgegrenzt. Dann ist der Vater irgendwann mal stiften gegangen. Der Vater ist halt der menschliche Teil. Die Mutter war die Klingonin. Als sie fünf Jahre alt war, Sebastian, warum, vermutet Belana, ist er denn gegangen? Ja, sie vermutet es ja eigentlich gar nicht so richtig. Aber sie sagt, ich habe als Kind mich dann so festgelegt und gesagt, das war, weil ich aussehe wie eine Klingonin. Und ich glaube, sie weiß auch mittlerweile, dass das nicht der einzige Grund war. Wahrscheinlich nicht. Aber natürlich als Kind, wenn so etwas Schlimmes und so etwas Traumatisches und so etwas Einschneidendes passiert, greifen so Mechanismen, dass du das auf dich beziehst. Und so hat sie das getan. Und sie hat auch dann versucht, daran was zu ändern und sich menschlicher zu geben und dann die Stirn zu verstecken und was auch immer. Ja, also sozusagen ihre Herkunft, ihre Wurzeln, die sie ja dann auch hat, zu verleugnen, weil sie eben dazugehören wollte, weil sie sich eben nicht akzeptiert gefühlt hat. Und das ist natürlich was, da kann man total zu connecten, versteht auch, wie sich Belana da gefühlt hat oder hat ein gutes Bild davon, wie sie sich gefühlt haben muss. Und das finde ich, ist eine gute Erzählung, also eine gute Idee, das da jetzt so reinzubringen an der Stelle. Ja, und Paris sagt, naja, siehst du jetzt, nein, so sagt er es nicht, aber der ist so ein bisschen in so Clowns-Stimmung auch und sagt, jetzt guck mal, jetzt hast du dir den Wunsch erfüllt. Aber er sagt es natürlich mit, mit einem ironischen Unterton. Also er meint es nicht wirklich so. Ich finde ihn kaum in den ersten Staffeln so weich wie hier. Er sagt zwar blöde Sachen, aber die Art und Weise, wie er es sagt, ist so, 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 so intim irgendwie und nicht unangenehm intim, sondern einfach so nett und so ein bisschen deeskalierend und ich finde, das macht er gut. Da kommt das erste Mal so, fährt er so diesen Halodri-Lebemann, dem kannst du eh nicht vertrauen, so ein bisschen runter, um einfach mal nett zu sein. Genau. Eins noch zu der Art, wie Roxanne Dawson eben diese Belana spielt, zerbrechlich, verschreckt, ängstlich, sehr emotional, so. Also auch nicht wie Belana Torres, sondern eben wie eine, ja, sehr, ich habe es gesagt, zerbrechlich ist, glaube ich, ein gutes Wort, wie so ein, ja, wie so ein verschrecktes Mädchen. Ihr läuft jetzt auch zum Ende der Szene eine Träne die Wange herab, weil sie wirklich da jetzt denkt, das gibt es ja gar nicht, was jetzt hier mit mir passiert ist. Ich wollte das immer und eigentlich wollte ich das nie. Und das ist natürlich der ideale Moment für uns, Sebastian, hier weiterzumachen mit unserer Voyager-Charaktervorstellung. Wir haben noch nicht alle durch und deswegen bietet sich doch hier wunderbar mal an, über Belana Torres zu sprechen und über ihre Schauspielerin Roxanne Dawson zu sprechen. Wie war denn das am Anfang? Wie kam der Charakter zu seiner Genese? Die erste unschmeichelhafte Notiz und Notiz heißt immer, dass das die Chefin Jerry Taylor niedergekritzelt hat in den frühen Treffen im Sommer 1993 schon. Halfbreed. 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 Ja, das war wirklich so ein Schimpfwort, was manchmal der McCoy sehr unschön dem Spock gegenüber verwendet hat, beispielsweise. Und wir erinnern uns nochmal, der steinalte Charakter, den wir auch deswegen Großvater nennen, der Tuvok, der sollte ursprünglich der Chefingenieur sein. Und so war in diesen frühen Tagen der Job des Chefingenieurs, der Chefingenieurin schon vergeben, konnte nicht die Belana sein. Und deswegen war dieser Charakter als Con-Officer geplant. In Jerry Taylors frühen Notizen ist zu lesen, eine der Misfits hat eine Beziehung zum indigenen ersten Offizier. Sie ist halb menschlich, halb außerirdisch, womöglich bioranisch oder karasianisch. Also von Klingonen ist hier noch nicht zu lesen. Aber dann in der Entwicklung, in der weiteren Phase, entschied man sich dann aus ihr eine Halb-Klingonin zu machen, nämlich die Belana Torres, die wir kennen. Aber das mit dem Halb-Kardassianisch ist doch nicht ganz vom Tisch gewischt worden. Das hat man sich dann für einen unvergesslichen Nebencharakter beibehalten. Nur die ist nicht halb-kardassianisch, sondern die ist komplett kardassianisch, aber so halb-bioranisch im Erscheinungsbild. Richtig. Weil da Dinge passiert sind. Aber über Seska haben wir ja schon gesprochen. Ihr wisst ja schon, ihr wisst ja schon nichts Bescheid. Chefin Jerry Taylor in ihren weiterführenden Notizen. Sie ist eine Metapher für alle von uns, die etwas unterdrücken oder ignorieren wollen, was man eigentlich nicht ignorieren kann. Sei es Wut oder mangelnde Selbstkontrolle. Sie meidet ihre klingonische Seite, hält sie für primitiv, gewaltsam, wild und unattraktiv. Sie soll mit sich selbst im inneren Krieg sein und ihre Entwicklung über die Serie hinweg ist dann der Weg in die Selbstakzeptanz. Also das ist so meine Seite, die gehört zu mir. Ich würde die am liebsten nicht haben, aber am Ende merke ich, oh, die gehört doch zu mir und macht mich eben zu dem, was ich bin. Das ist jetzt nicht besonders einfallsreich, aber man kann es halt machen. Ja, was heißt nicht besonders einfallsreich? Es ist griffig und du kannst das die ganze Zeit bei so einem Charakter, finde ich, so in der Luft hängen lassen. Und dann kannst du den Charakter wunderbar darauf schreiben. Ja. Und hast dann da nicht so ein, hm, hm, ne? Natürlich. Aber es ist nicht neu, wollte ich einfach nur sagen. Es ist halt nicht neu. Das hatten wir ja schon in gewisser Weise mit Spock, das hatten wir mit Worf, das hatten wir mit Data, nur halt eben auf eine andere Art und Weise. Das ist halt schon irgendwie, entweder ist es der Wunsch, was anderes zu werden oder man muss sich halt in einer anderen Umgebung, die anders funktioniert, jetzt zum Beispiel von Worf, muss man klar werden. Spock hat auch damit zu kämpfen gehabt, Emotionen versus vulkanische Logik. Und das hier ist so dasselbe Riff, nur eben halt ein bisschen anders gespielt. Andere Tonart. Blicken wir mal in die Serienbibel. Ja, da steht drin, die Chefingenieurin Belana Torres hat eine Fassade errichtet, die für sie gut funktioniert. Hartnäckig, klug, unabhängig und nichts kann sie erschüttern. Darunter aber, unter diesen Hüllen, befindet sich eine Person, die zutiefst verwirrt ist, weil sie mit sich selbst im Klinsch liegt. Als Halbklingonin lehnt sie diese Seite ab, möchte ihre menschliche Seite kultivieren, vorantreiben. Sie wünscht sich in dieser Hinsicht totale Kontrolle über ihre klingonischen Triebe und beneidet den Tuvok, der sich ja so stark unter Kontrolle hat als Mr. Vulcan. Weil ihr menschlicher Vater und ihre klingonische Mutter sich trennten, das haben wir ja eben gehört, als sie Belana noch sehr jung und verletzlich war, hat sie ihren Vater nie wirklich kennengelernt. Sie verwandelte ihn daraufhin in ein idealisiertes Fantasiebild, der perfekte Daddy-Prinz, der für alles steht, was gut und wertvoll ist. Ja, das haben wir jetzt eben nicht gehört. Nee, das kommt auch ein bisschen anders, aber ja, das wird noch lange dauern, bis sich das uns mal offenbart. Weil sie und ihre Mutter auf einer Kolonie mit vorrangig Menschen lebten, fühlt sich Belana als Außenseiterin und fühlte sich auch auf der Kolonie als eine solche. Beim Heranwachsen setzte sie also alles Klingonische gleich in ihrem Kopf mit Entfremdung und mit Verlust, wohingegen das Menschliche für alles Erstrebenswerte steht. Also sie hat das Gleiche, das eine übermäßig negativ und das andere übermäßig positiv konnotiert. Richtig, ja. Ein bisschen Pinocchio ist auch dabei. Also ich will irgendwie Mensch werden und sowas. Ja. Das sehe ich bei ihr nicht. Also zumindest noch nicht, sondern nur in Ansätzen und ob es entwickelt wird, mal sehen. Bestätigung bekam sie an der Sternflotten Akademie, wo sie in den wissenschaftlichen Disziplinen brillierte, was sehr unklingonisch ist. Gleichzeitig kam sie mit Struktur und Disziplin nur schwer zurecht. Was sehr klingonisch ist. Ja, was sehr klingonisch ist. Aber auch Klingonen haben noch Wissenschaftler, Sebastian. Auch die haben einen Warpantrieb entwickelt, sogar eine Tarnvorrichtung. Also das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Klingonen sind ja auch super Wissenschaftler, da müssen sie ja sein. Ja, und die Ferengi sind alle nur geizig und können auch keinen Warpantrieb bauen. Ja, natürlich. Das ist schon Star Trek malt mit den großen Klischee-Pinseln hier oft noch. Nicht immer, aber sehr, sehr oft noch. Im Dienst dann, als sie die Sternflotten Akademie absolviert hatte, gingen die Konflikte weiter. Und deswegen ist sie ständig angeeckt. Ihre Karriere war gleichermaßen kurz wie stürmisch. Zähne knirschend kündigte sie, das war dann eine Niederlage. Mal wieder passte sie nicht ins Schema und die Schuld gab sie eben ihrer klingonischen Seite. Und dann wird auch klar, warum sie zu den Marquis gegangen ist. Denn dort fand sie ein Ventil für große Teile ihres Frusts. Endlich ein greifbarer Feind. Die Cardassianer nämlich. Sie fühlte sich als tapfere Soldatin und ignorierte gefließendlich, dass der Kampf gegen die Cardassianer ihr krierisches Blut frei und ohne Scham kochen ließ. Also da konnte sie ihre klingonische Seite tatsächlich embracen, wie der Amerikaner sagt. Ohne das so richtig sich einzugestehen. Und das finde ich geschickt. Das finde ich cool. Das ist gutes Writing irgendwie. Und das spürt man auch aus Belana heraus. Das ist, also wir haben ja wenig, im Gegensatz zu einigen anderen Serien-Bibelcharakter, da haben wir ja wenig Sachen drinstehen, die Bullshit sind oder die man aus dem Charakter einfach nicht rausschmeckt. Das ist da, das meiste, was wir hier lesen. Das ist da, ja. Und jetzt ist sie halt auf der Voyager. Sie hat jetzt eben nicht mehr diesen Feind, diesen klaren Feind, aber immer noch die Gefühle in sich. Die klingonischen Gefühle, diese Lust auf Auseinandersetzung, dieser Zorn. Sie hat dieses Ventil nicht mehr und muss jetzt irgendwie anders damit klarkommen. Und das fällt ihr natürlich schwer. Naja, das haben wir am Anfang ja auch gesehen. Wobei man sagen muss, aktuell scheint sie das schon ganz gut zu können. So in den letzten Folgen. Da habe ich nicht mehr so. Gut, wir hatten die Folge, wo sie Rogue gegangen ist, weil sie von Seska manipuliert wurde. Aber ansonsten scheint ihr eigentlich schon ganz gut dazuzugehören. Ja, ein Charakteraspekt, der später wichtig wird an Belana, den ich auch super finde. Richtig super finde, weswegen das auch einer meiner liebsten Charakter ist. Was hier noch nicht so klar wird, ist, die macht unglaublich viel im Privaten mit sich aus. Und ganz, ganz viel passiert, wenn die Kamera nicht zuguckt. Und wenn die aus dem Quartier rausgeht und dann ihre Arbeit als Ingenieurin antritt, dann kann sie ja wunderbar funktionieren. Und dann kann sie all ihren Zorn und all ihre sonstige überschüssige Energie einfach da reinleiten, gut zu sein. Aber wenn sie dann in ihrem Quartier ist, dann geht's los mit den Zweifeln. Und ich finde, da werden noch unvergessliche Folgen kommen, die sich mit dieser Problematik einfach auseinandersetzen. Weswegen auch Belana, ich glaube, Belana ist so der Charakter, den ich am gelungensten finde bei Voyager. so durchgängig. Ja, so weit bin ich noch nicht. Dass ich da, dass ich da ein Simons Liebling XY irgendwie rausfinden würde. Müssen wir mal schauen. Jetzt kommt mal wieder so ein bisschen Quatsch. Ja, der Großvater hat einen, laut Serienbibel zumindest, einen ruhenden, so ein ruhender Pol ist das, dass er ihr beibringt, sich selbst zu akzeptieren. Also das, ja, zu Tuvok habe ich jetzt noch nicht so gesehen, wie sie da ein Draht hat. Nee, ich glaube auch, dass sie sich dann schnell überlegt haben, dass es ganz interessant ist, wenn der Tuvok so zum Mentor von speziellen mentalen Fähigkeiten wird, was Kes angeht. Und das ist ein bisschen komisch, wenn dann jetzt zwei von den weiblichen Charakteren ständig mit ihrer psychologischen oder telepathischen Entwicklung zum Tuvok hinrennen würden. Und deswegen ist es einfach bei Belana dann nie so weit gekommen. Und jetzt kommt, Simon, noch abschließend für mich etwas aus der Serienbibel, das könnte der Gene Roddenberry höchst selbst geschrieben haben, auch wenn er zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre unter der Erde war oder im Weltall. Belana ist eine bezaubernde Schönheit von glühender Sexualität. Sie verdreht viele Köpfe, hat sich aber ihrerseits in Tom Paris verguckt, der jedoch möchte ihre Arbeitsbeziehung nicht durch eine Affäre belasten. Und das ist ja Seifenoper à la Großer Vogel der Galaxis. Also, ja, stimmt. Schon, oder? Das ist, ich sehe das aber auch nicht so, also ich sehe sie nicht als jemand, die so hypersexuell ist, gar nicht bis jetzt. Nee. Die ist eher so introvertiert, außer sie riecht sich auf, sie ist wütend. Casting ist relativ unspektakulär. Wir haben mit Roxanne Dawson gemeinsam mit Tim Russ die allererste Anstellung, die getätigt wurde und das ging ohne besondere Vorkommnisse vor sich. Über die Personalie Roxanne Dawson wird gemeinhin gesagt von den Regisseurinnen und Regisseuren von Voyager, die war immer verlässlich, die war immer eine Bank, die war immer gut, aber im Tagesgeschäft hat sie ein bisschen genervt, weil sie ständig Fragen hatte zu ihrem Charakter und das hat so den Flow im Tag etwas aufgehalten, aber andererseits zeige ich das natürlich, wie ernst ihr Belana ist, wie wichtig ihr Belana ist, wie sehr versteift sie darauf ist und als so eine ernste und introvertierte und sich mit ihrem Charakter sehr stark beschäftigende Person, die trotzdem auch sehr sympathisch ist, wird sie auch von ihren Co-Stars gemeinhin beschrieben. Und irgendwie merkt man das auch. Also das Gegenteil von Robert Beltran, von dem späteren Robert Beltran, ja. Ja, der nur Quatsch gemacht hat. Ja, 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 genau. Ja, aber ich finde auch sie ist, also man merkt schon, das ist eine Schauspielerin, die sich da Gedanken macht, wie sie dann Dinge auch spielt und so finde ich, dass das auch rüberkommt. Soviel also zu Belana. Jetzt nochmal zu unseren drei Herren, die durch das Höhlensystem laufen und dann an eine Wand kommen, die da eigentlich gar nicht sein dürfte. Gibt's ja wohl nicht. Vorhin hieß es doch, hier geht's nur acht Kilometer weiter und dann handelt es sich aber, da kommt man schnell drauf, um ein getarntes Kraftfeld. Und jetzt fällt der Groschen. Kraftfeld? Getarnt? Hör mal, das ist doch, das hatten wir doch schon mal, das sind doch die Vidianer. Und noch immer sagt keiner, Alter, raus da. Sondern die stehen da noch so und sind am rumgucken. Ja, interessant. Ach, mach mal mal mit dem Faser. Ich will das mal raus. Ja, mach mal. Hast du noch Zeit? Ja, hab noch Zeit. Der Fred schießt auf die Wand. Funktioniert nicht. Ja, dann müssen wir mal weiter gucken. Und ich denke die ganze Zeit im Hinterkopf. Die Vidianer, die kommen immer aus den Schatten. Die sind immer hinterhältig. Da geht gleich so ein Fangnetz zu. Schlabotz. Und dann hängen die drei da so drin. Weißt du, so wie in Return of the Jedi, wenn die Evox da die Leute einfangen. Aber nein. Man spricht ja auch noch in Seelenruhe mit der Brückencrew oben. Ja, komm, hier mach mal eine andere Frequenz an und so. Ja. Aber dann passiert's auch. Dann tauchen zwei dieser Vidianer auf. Und dann wird er plötzlich schnell, der Fred. Ja. So hot, hochbeam. Die stellen sich auch doof an, die Vidianer. Die gucken nämlich nur so um die Ecke. So, hm? Statt, dass sie was machen. Ja. Drei hochbeam. Und während diese Szene gedreht wurde, kam Nana Visitor, besser bekannt. Was heißt besser bekannt? Sie spielt die Maja Kira. Kam ans Set und war vollkommen verwirrt. Weil sie dachte, ich kenn hier überhaupt gar keinen. Wo ist denn der Pete? Ja, der hier immer sitzt und alles. Ja. Und dann irgendwann fiel der Groschen bei ihr auch. Und dann sagte sie, ach so, ach so, hast du gesagt, das hier ist Voyager. Ich hatte vorhin am Gate gefragt, auf welcher Stage heute Star Trek gefilmt wird. Sorry, ich geh mal wieder. Und weg war sie. Super. Super Story. Super Story. Später dann in den Höhlen sangen Garrett Wang und Robert Beltran das Lied Mr. Tuvok zum Melodie von Mr. Sandman. Mr. Tuvok, bring me your dreams. Na, 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 na. Ich fühle mich stark. Ja, aber ich bin hier festgekettet. Und das mag ich nicht. Ich mag hier nicht wie ein Tier angekettet zu sein. Und jetzt fängt sie an, ihm ja hübsche Augen zu machen. Also sie spürt schon, dass der Typ irgendwie sie auch toll findet. Und jetzt versucht sie das für sich auszunutzen, indem sie sagt, weißt du, du hast eigentlich recht. Ja, ich bin dir auf eine komische Art und Weise schon dankbar, dass ich Klingonin bin. Und du weißt ja über Klingonen und Klingonin erzählt man sich. auch hier in diesem Delta-Quadranten, der unzählige Lichtjahre entfernt ist, diese wilden Geschichten über ihren unersättlichen sexuellen Appetit. Ich wünsche, es wäre möglich und da streicht ihr auch so über das Gesicht, aber vergib mir, ich kann nicht, nein. Ja, sie ist so super, sie spricht so die niedersten Instinkte an, du kannst jetzt deine Kreation kannst du hier befreien, ja und dann kannst du mit ihr machen, was du willst und wahrscheinlich also, er würde gerne, so spielt er das zumindest, aber dann, also jetzt kommen wir wirklich in diese Monster-Horror-Filme und so weiter, dass er sich nicht so noch dahinstellt, ne, hier wie Quasimodo oder sonst irgendwie was. Ich finde eher, dass Phantom der Oper so wie Lon Chaney ihn spielt, wie er dann so von seiner Geliebten das abgerissen bekommt und er macht so, ja, 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 so dieses Gesicht so und das ist, für mich treffen hier zwei Horror-Filme tatsächlich aufeinander, nämlich die, eben die Lon Chaney-Variante von Phantom of the Opera und er ist so dieses Phantom der Oper, der so im Keller rumläuft und entsprechend so verwachsen ist, ja, und nicht gesehen werden will, weil er ist ja so hässlich, so schrecklich hässlich. Und in Bellana haben wir... Muss ich mal gucken, wie er heißt nochmal. Also ich weiß, wie der Roman heißt, aber der Film heißt... Ja, natürlich. Also der Film ist Island of Loved Souls, Insel der verlorenen Seelen und der Roman ist von H.G. Wells The Island of Dr. Moreau, Die Insel des Dr. Moreau. Und das, finde ich, hat man hier super geschickt miteinander kombiniert, richtig, weil ich liebe diese Filme, richtig, das tut mir echt gut. Auch wenn das Bild, was man aus die Insel des Dr. Moreau rauszieht, ist so ein leicht unangenehmes Pre-Code Hollywood, als alles noch so ein bisschen verbotener war, nämlich die Tierfrau, oft auch so eine Pantherfrau oder so eine Tigerfrau oder irgendwie sowas, die auch so in so einem seltsamen, manchmal so Urwald-Dschungel-mäßig rassistisch konnotiert war, die aber dann so einen übersteigerten sexuellen Appetit hat. Ja, das Bild als solches ist heutzutage eines, das muss man mit kritischer Distanz und mit historischem Blick sich angucken, aber für den klassischen Horrorfilm ist diese hypersexualisierte Tierfrau, eben wie in die Insel des Dr. Moreau, ist ein ganz wichtiger Urtypus einfach. Ja, so ein Trope, kann man sagen. Ein Trope, ja. Ein Trope. Und das ist ja wie so viele von diesen alten Schinken. Man muss es halt wissen und man muss es mit dieser Distanz sehen und dann kann man da auch noch sehr viel Freude draus ziehen. Das sehe ich genauso wie du. Ich finde es aber auch super. Ich mag grotesk sein, aber ich habe auch Gefühle. Also auch diese Sätze, die treffen für mich total ins Schwarze irgendwie. Und dann erzählen wir, früher, du wirst es nicht glauben. Da waren wir auch, da waren wir sehr schön und attraktiv, bevor diese Fage kam. Und ich werde dich nicht mehr so ekeln, wenn die Zeit kommt. Also auch dieses Psychopathische bei dem, das kommt so, also ich finde, das wirkt. Das haben sie gut, echt gut gemacht, muss ich sagen. Also das gucke ich total gerne. In der Tat. Vielleicht ist es deswegen ganz gut, dass es doch in der Höhle spielt, weil im Dschungel, Simon, wäre die Nähe zu diesem Tierfrau und mit, da wäre das ein bisschen zu krass gewesen. Dann wäre das ein bisschen zu krass gewesen, dass man zu schnell die Brücke in diese unschönen, rassistischen Gefilde schlägt. Und von daher zieht die Höhlenumgebung hier noch so eine Distanz, so eine Verfremdung ein, die das dann doch ein bisschen verdaulicher machen, glaube ich, als wenn die wilde Belana da jetzt im Dschungel rumgelaufen wäre. Wie siehst du das? Ja, schon. Also ich habe dieses jetzt hier bei dem, wie gesagt, also so wie das jetzt ist, diese Horrorfilm-Zitate, die habe ich da auch drin gesehen und habe dann gedacht, okay, da mache ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken darüber, was das jetzt sagen soll oder nicht sagen soll oder sonst irgendwas, sondern ich genieße einfach auch ein bisschen das Kitschige hier. Ja, also so eine Horrorfilm-Perspektive. Gut, dieses Urwald-Ding, hätten sie es jetzt wirklich so gemacht, dann hätten sie es schon sehr, sehr klar als Statement verpacken müssen eben gegen diese Klischees. Ja, dass es am Ende halt irgendwie komplett anders ist. Aber hier kannst du, also in der Höhle, da stellt sich die Frage dann auch gar nicht so, finde ich. Nee, aber es ist auch mal so eine Hommage ist auch erlaubt, finde ich. Hommage, genau, es ist eine Hommage. So habe ich es gesagt, das ist genau das richtige Wort dafür. Ja. Jetzt finde ich aber auch geil, dass er ja schon sagt, du wirst dich nicht mehr sobald von mir ekeln. Wir ahnen noch nichts als Zuschauende, die das jetzt zum ersten Mal gucken. Aber in der nächsten Szene wird der Durst schon abgeholt, ja, von zwei Videanern, die nehmen den mit. Der Beat, der muss jetzt mitkommen und da weiß man schon, oh, 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 ja, das ist vielleicht nicht so gut, warum sie den mitnehmen. Der Grund ist, der Präfekt soll mit ihm reden, will mit ihm reden, ja, weil ihr wollt doch eure Leute kontaktieren, das kann er ja mal beim Präfekten, kann er das mal besprechen und du denkst dir, oh, nee, geh mal lieber nicht mit, aber er hat ja keine Wahl. Der Tom sagt noch, nimm mich, ich bin der Chef. Nee, nee, wir wollen ihn da haben. Und dann entsteht noch, bei diesem, geh nicht mit, nimm nicht ihn, nimm ihn, entsteht dann noch so, dass die Taurus so ganz ängstlich wird. Weißt du, als der Tom dann so droht, mitgenommen, nein, 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 und dann wird Durst mitgenommen und dann kauert sie richtig verschreckt in den Schatten und man merkt, oh, der ist wirklich was abhandengekommen, irgendwie auch der Taurus ohne die Bellana. Das ist schon ein größeres Problem, ne, es ist jetzt nicht so, dass nur die Aggressivität weg ist, sondern da ist eigentlich alles weg, was so in Sachen Wehrhaftigkeit geht, ja, oder in, dass man sich irgendwie auch mal beruhigt, nee, die ist in Panik, in Angst, einfach nur. Ein bisschen so, wie als der Data seinen Emotionschip das erste Mal angemacht hat und dann haben sie da den Geordi verschleppt, der Sauron und er konnte auch nichts richtig ausrichten dagegen, weil er hat auch nur so gewinselt, nein, und so. Es ist ein Kontrollverlust, aber in die andere Seite. Also sie gibt sich nicht ihrem Zorn hin oder ihrer Aggressivität, sondern sie gibt sich total ihrer Ängstlichkeit hin und das macht die starr, wirklich, ja, also die kann da nichts machen. Wir schalten kurz auf die Voyager, wo sich Janeway, Chuckles und Tuwok mal ein bisschen unterhalten. Guck mal, das sind die Vidianer, ist ganz klar. Jetzt müssen wir mal schauen, die könnten ja auch bald hier mal ankommen. Also wir müssen uns jetzt beeilen und mal was unternehmen. Da ist aber dieses Kraftfeld. Man kommt nicht durch dieses Kraftfeld. Denn es wurde auch angepasst von dem Borg, so klingt es fast, gegen die Phaser. und jetzt, ja, dann machen wir Simulationen, dass wir da irgendwie durchkommen. Also jetzt wird hier die Lösung angestoßen, aber noch nicht umgesetzt. Und danach schalten wir wieder ins Labor, Simon. Zu meiner Lieblingsszene in dieser Folge. Da hat nämlich die Belana, stimmt, die ist auch sehr, sehr gut jetzt kommt. Die Belana hat sich, weil die hat ja auch sehr viel Kraft, hat es mittlerweile eigentlich geschafft, sich da aus diesen Stahlfesseln zu befreien. Und just als sich da so eine Fessel öffnet, kommt halt unser Doktor wieder an. Ja, und der sagt, guck mal, schon alles wird besser und dir geht es besser und mir geht es auch besser. Denn, und dann tritt er so aus dem Schatten heraus und dann sehen wir, was er mit seinem Gesicht gemacht hat. Der hat nämlich jetzt ein neues Gesicht. Gerade frisch, frisch von der Wilianer Schlachtbank, muss man einfach so sagen. Und das ist, ungelogen, eine der brutalsten Szenen, der impliziertesten Szenen, die ich jemals in Star Trek gesehen habe. Er trägt Dursts Gesicht und er trägt das auch mit Stil und zwar mit Horrorstil, sagen wir es mal so. Da gehen auch schon so Risse rein. Also die waren nicht so ganz so gut und das sieht echt aus wie so fies auf. Also Michael Westmore sei mal zum einen zu preisen für die Art und Weise, wie er das hier umgesetzt hat. Und das sieht unvergesslich grotesk und horrormäßig und schlimm und abartig einfach nur aus, was wir da sehen. Also wir sind jetzt horrormäßig wirklich 80er, frühe 90er, so Re-Animator und diese ganzen Klassiker. Das ist jetzt schon, muss ich sagen, Respekt. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, ihr macht das wirklich. Und das für so eine Serie, die ja auch dann, wo man sich immer so zurückgehalten hat in der Vergangenheit und wir erinnern uns an sowas wie Starship Mine, ja, wo man bloß nicht so viel Gewalt zeigen wollte, aber trotzdem Action. Das hier ist jetzt Horror. Das ist wirklich Horror. Und dafür gebührt den Machern hier Respekt von mir, muss ich sagen. Fand ich, also ich fand die Szene auch wirklich, die hat Schmackes gehabt so. Fand ich gut. Und das war meine erste Voyager-Folge. Wie gesagt, ich habe Bauklötze gestaunt. Ja, das ist, hatte ich begeistert bestimmt auch, oder? Ich habe gedacht, wow, das ist diese neue Serie Voyager, die ist ja wirklich when no one has gone before, ja. Das ist auch, versteht mich nicht falsch, also ich will da sowas nicht jede Woche sehen oder so, aber ich, ich beschwere mich ja oft, wenn sie solche Folgen machen, die so ein bisschen ins Genre-Kino gehen, sei es Action oder sei es Horror, dass sie immer so, ja, ich nenne das immer moderately Rock'n'Roll sind, ja. Also das ist wie so ein Song, der sich immer steigert, aber nie aufgelöst wird, ja, wo es dann nie mal so richtig kracht am Ende. Sie trauen sich dann einfach nicht und hier gehen sie mal diesen Schritt und das finde ich super, ja. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Ist auch ein bisschen Schöne und das Biest, was Ken Biller jetzt hier auch zugibt, was er sagen wollte und zwar bezieht er sich damit auf den klassischen Stoff, nicht auf den Disney-Film, der da auch noch relativ jung war und wo du so sagst, moderately Rock'n'Roll, Simon, ich stimme dir da zu, wenn du von Starship Mines sprichst oder auch von Disaster, Katastrophe auf der Enterprise, die Next Generation will da öfters mal was tun, was sie dann am Ende nur so halb macht, aber an alle Leute, die so sagen, die Original-Serie, die ist so schmompfig, die kann man sich nicht mehr angucken, ja, nee, die hatte schon ihre Horrormomente, gerade so. In der ersten Staffel ging es besonders schön zur Sache, ich erinnere an Charlie X, wo einer Frau einfach mal das Gesicht weggezaubert wird, da gefror einem auch das Blut in den Adern. Und in dieser schönen Tradition sehe ich auch hier Faces. Fun Fact, Durst ist das erste Crewmitglied der Voyager nach Caretaker, das ums Leben kommt. Jetzt ist man einer weniger, als nach der ursprünglichen Verschmelzung von Rest-Maki und Rest-Sternenflotte. Und wir haben tatsächlich, muss man mal so sagen, Brian Markinson in einer Doppelrolle. Ja, wie geil das auch ist. Der hat den Pete Durst gespielt, aber der hat völlig unbemerkterweise und auch ganz anders die ganze Folge schon den Zulon gespielt. Er hat auch seine Stimme echt anders moduliert. Ja, also der hat echt die Tonlage gewechselt, wenn du so willst. Und dadurch, dass die Maske natürlich alles verbirgt, funktioniert das auch. Aber wenn du das dann weißt, wenn du siehst, ja klar, das ist jetzt Brian Markinson, der jetzt eine noch viel coolere Maske auf hat, die halt eben Teile seines Gesichts freigeht. Klar, das ist ja schon immer wie geil. Und da muss man sagen, hat Brian Markinson echt einen geilen Job gemacht, weil ich, der diese Folge einfach aus seinen Erinnerungen gelöscht hat, also ich war echt ernsthaft überrascht und positiv überrascht. Das freut mich zu hören. Hat dich ein bisschen abgeholt diesmal. Das hat mich wirklich abgeholt. Fand ich super. Also hat auch Spaß gemacht, das irgendwie zu gucken. Und es ist richtig, so eine richtig gruselige Stimmung in diesem Labor. Ja, dieser Doktor, diese schlimme Krankheit, dieses fürchterliche, was der Belana widerfahren ist, dann diese sexuellen Untertöne, da teilweise so eine richtig unangenehme Atmosphäre. Und das ist eben dieser Schritt, den sie jetzt auch mal gehen und sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal und dafür Hut ab. Die Klingonin Belana ist auch tatsächlich angewidert. Also ihre Selbstkontrolle bricht in diesem Moment, als sie dann sagt, Durst, ja, das, ihr Monster, das steckt alles in diesem einen Wort, Durst. Und das ist auch Roxanne Dawson, Chefs Kiss, wie sie in den Namen das reinlegt, komplett. Das ist super, ja, gut gemacht, ja. Ihr angewidert sein, er fängt natürlich direkt mit den Rechtfertigungen an, naja, mindestens ein Dutzend und Vidianer werden weiterleben und so. Aber dann hat sie ja echt mal den Kaffee auf, ne, dann bricht die Tierfrau in Anführungszeichen, bricht aus jetzt. Dann bricht sie raus, genau, und packt den Durst und wirkt den. Was war das denn? Wieso kommen denn die Luftballons jetzt angeflogen? Weiß ich nicht, weil ich irgendwas Lustiges wahrscheinlich wieder gemacht habe. Okay. Ich seh mich nicht, deswegen. Okay. Also, ja, genau, dann kommt die Tierfrau raus und die wirkt dann den Durst so und ich denke mir so, ich versuche mich dann in diesen Doktor zu versetzen, was hat der sich denn gedacht, dass sie ihn wirklich attraktiver findet, so, mit dem abgeschnittenen Gesicht hier à la Texas Chainsaw Massacre, ja, das nämlich auch da noch drin steckt, also Leatherface und sowas, dass sie den dann wirklich toll findet. Also, der ist ja völlig wahnsinnig, dieser Kerl, der ist ja völlig, diese Krankheit hat den Mann wahnsinnig gemacht. Es steckt auch drin, der französische Horrorfilm, einer von meinen Top Ten Horrorfilmen, sicherlich, La Vieuse en Visage. Ja. Augen ohne Gesicht von Georges Franjou. Fantastischer Film. Habe ich mir vor ein paar Jahren, habe ich mir das erste Mal bestellt, weil ich so neugierig war, ein fantastischer, fantastischer Film. Steckt, also, die haben eine herrliche Horrorwurst uns hier gemacht mit Ingredienzien, die mehr hatten als eine Plummigsuppe einfach machen. Und durchaus geschmackvoll. Also, ich finde das geschmackvoll, was sie hier getan haben. Ja, doch. Genau, aber sie haut dann ab, ne? Also, irgendwie kommen dann andere, kurz bevor sie ihn da wirklich erwürgen kann, und haut dann ab. Auf der Voyager hat man mittlerweile eine Idee, wenn man schon dieses Kraftfeld nicht knacken kann, kann man ja dafür sorgen, dass da so Risse reinkommen. Die sind von vornherein da, die Risse. Oder die sind schon da, ne? Das Kraftfeld remoduliert sich so alle paar Sekunden unregelmäßig oder alle paar Minuten, und dann ist da ein kurzer Riss, und jetzt versucht man, einen Transporterbeam so eng zu machen, dass der da durchpasst. Und da dachte ich mir, das ist interessant, dass in dieser Energiewelt auch so diese Begriffe von eng und breit irgendwie so ziehen. Du musst da so, musst du da durch einfach, ne? Richtig getimt, ne? Weil wenn der Riss sich nämlich wieder schließt beim Beamen, dann kommt irgendwie nur die Hälfte der Information an, was jetzt auch nicht so gut wäre. Und es hat auch noch andere Nachteile, weil wenn die da jetzt jemanden reinbeamen, dann ist der Riss ja wieder weg, und dann kann man auch nicht kommunizieren durch diesen Riss, und man weiß dann auch nicht, was dann da vor sich geht. Also schafft er das dann, kann er das Kraftfeld deaktivieren? Wie lange wartet man all diese schwierigen Sachen? Dafür brauchen wir einen mutigen Mann, einen mutigen Mann brauchen wir hier. Und wenn wir mutige Männer brauchen, dann ist natürlich der Fred Chakotay genau der Richtige, der schlägt sich hier vor und sagt, ich könnte das machen. Ja gut, aber was ist, Sebastian, wenn du, will ich dann da reinbeamen und dann kommt so ein Viljana um die Ecke und er denkt dann, oh, guck mal hier, neues Ersatzteil! Ja, holt den mal ab. Holt den mal ab. Ja, da muss er natürlich was tun und da muss er sich tarnen lassen und deswegen geht er zum Holodok. Der ist genauso wie der Béchir ist er auch ein Fachmann in Baumedizin, was der Simon neulich als Begriff prächte. Und er baut jetzt, das ist Baumedizin, was wir gesehen haben, er baut jetzt den Chakotay um zu einem Viljana. Und der sieht aus, herrlich. Ja, also so ein, so weinrot ist er. Jetzt könnte ich einen blöden Witz machen, den mache ich aber nicht. So ein weinrotes Gesicht hat er und sieht natürlich auch aus, das gibt es gar nicht. in diesem Kochtopf hat er getaucht, so sieht er aus. Der Robert Beltran hat auch über seine Darstellung hier gesagt, mit diesem rohen Gesicht als Maske, ich habe mich nie bei ganz Voyager so verletzlich gefühlt. Der ist doch full of shit. Das hat er wirklich gesagt, meint er das so? Das hat er wirklich gesagt, ja. Okay, na gut. Ich will ihm das nicht, vielleicht war es wirklich so. Ich kann das nicht. Es sei ihm unbenommen. Es sei ihm unbenommen. Ja, also ein lustiger Satz vom Doktor ja auch. Er sagt, du solltest mal sehen, wie ich eine Ballenzähe irgendwie entferne oder repariere. Das fand ich auch sehr schön, ja. Also da ist der Plan geschmiedet und gefasst. Unterdessen sehen wir mal Bellana und Tom in den Minen. Ja, die sind jetzt in den Minen im Schein der Fettlaterne und die arbeiten da jetzt und müssen Tunnels graben, Sebastian. Das passiert ja jetzt gerade. Jetzt möchte ich mit dir einen Podcast machen, der im Schein der Fettlaterne heißt. Es ist nicht, von mir ist es ein Satz, es gibt so eine Band, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die machen so Bergarbeiter Black Metal. Das klingt irgendwie total komisch, aber die singen dann solche Sachen. Im Schein der Fettlaterne gehen die Knappen durch die dunklen Minen und so. Das ist super, mag ich. Ah, okay. Ein bisschen wie Rummelsnuff, nur ohne Tageslicht. Richtig, ja. Und da war dieser unsterbliche Satz im Schein der Fettlaterne, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, Schein der Fettlaterne. Wer auch unvergessliche Arbeit tut, haben wir gar nicht erwähnt. Und Mr. Tuvok hat vidianische Klamotten geschneidert und kriegt auch ein großes Lob von Chakotay. Also der Großvater ist der Garach, der Voyager. Fand ich auch sehr lustig, genau, ja. Aber in den Minen, ne? Belana und Tom sind am Arbeiten und gerade Belana in ihrem Zustand, der geht es ja sehr schlecht auch nach dieser Operation, kommt da kaum mit. Zum Glück ist der Thalaxianer dabei, der ihnen so ein bisschen Wasser spendiert. Offensichtlich gibt es auch nicht viel Wasser, die werden halt echt gehalten wie die, wie, also wie Unterlinge. Schlimm, schlimm. Und hier sagt Belana nochmal, ich merke, das hat mich nicht nur äußerlich verändert, das hat mich innerlich verändert. Und zwar nicht nur auf so einem körperlichen Level, sondern tatsächlich bin ich eine andere Person. Ich komme nicht klar. Ich habe Angst, ich habe Panik. Ich kriege nichts auf die Reihe. Ich war wie paralysiert, als sie den Durst weggenommen haben. Und so war das vorher nicht. Ich habe noch nie mal versucht, dir zu helfen. Und jetzt müssen wir mal, tja, diese Wandlung, die war einfach nicht gut für mich. Paris versucht, dir nochmal gut zuzureden und sagt, naja, Angst. Jetzt hast du mehr Angst. Angst ist aber auch gut. Und Mut kann man auch haben mit Angst. Das sage ich jetzt mal so ganz blöd. und ich weiß auch, dass du durchhalten kannst. Den Mut findest du durchzuhalten. Er spricht ihr nett zu. Der Paris ist ihr netten Mann. Dann kommt eine Wache. Arbeitet ihr weiter? Was soll das? Und so war. Und Paris sagt dann, Belana kann nicht arbeiten. Das fand ich ein bisschen komisch, weil vorher reden sie darüber, dass ja nicht rauskommen soll, dass Belana zu schwach ist, weil sonst geht es nämlich ab ins Organlager. Ja. Aber das fand ich so ein bisschen seltsam. Aber die Wache nimmt Belana dann mit. Zurück in die Baracken und Paris arbeitet weiter. Ihre Hoffnung ist, dass sie da an den Computer rangehen kann. Wir gehen jetzt in den Transporterraum. Da wartet man mit dem wunden Chakotay auf so eine Öffnung in dem Kraftfeld. Und die kommt und dann beamt man ihn. Und dann kann man jetzt nichts weitermachen als warten. Und jetzt weiß ich, Simon, was du neulich meintest, als du sagtest, die Kate Mulgrew ist manchmal in ihrer eigenen Episode. Die ist hier in diesem einen Moment sowas von am Overacting so überdramatisch. Da sagt die so, well, now we wait. Guckt die anderen so an, dass man schon wartet darauf, dass irgendwie der Tim Russ sagt, Hannelore, alles in Ordnung? Können wir dir irgendwie was zu trinken bringen? Ein Glas Wasser oder so? Aber sie ist so drüber irgendwie hier wieder, ne? Die ist wahnsinnig drüber, ja. Also, hei, ja, ja. Und dem, weißt du, dem Shatner, vorhin haben wir noch erwähnt, dem wird immer so das Overacting vorgeworfen. Aber solche, so einen harten Tobak habe ich vom Shatner nie erlebt, wie von der Mulgrew hier schon einige Male. Naja, das Overacting von Shatner hat ja auch besser gepasst, finde ich. Also das war natürlich Overacting zum Teil, aber es hat zur Situation gepasst, nur die Situation war halt auf elf gedreht und in dem Overacting. Und bei ihr denkst du, ja, du hast es gerade echt formuliert, das passt jetzt irgendwie nicht so, ja. Das ist auch, wenn sie immer, das ist eine völlig bedrohliche Situation und sie sagt dann so vergnügt, jetzt können wir mal den Beamstrahler machen, ja. Und so, das finde ich, das stört mich immer so ein bisschen. Aber na gut. Ja, wir gehen in den Tunnel und von hinten an den armen Talaxianer, der sich gerade so ein bisschen Wasser trinkt, kommt die Balana und nimmt den in so einen, was nimmt die denn denn? In den Figger vor Leglock. Ein Schwitzkasten. Ja, in so einen, wie heißt das, was der Million Dollar Man Tit Debiassi macht? Äh, ich kann jetzt, warte mal, beim Sergeant Slaughter war es der Cobra-Klatsch. Der Million Dollar Dream ist das, den du dann kriegst. Der nimmt dich so und in so einen Sleeper holt. Ja. So, ne, so, macht der dabei. Ja. Dann kriegst du den Million Dollar Sleeper, den Million Dollar Dream kriegst du dann, weil du halt dann ohmächtig wirst in der Wrestling-Lore und dann diesen Dream kriegst. Ja, den kriegt jetzt der Talaxianer gleich. Den kriegt der Talaxianer. Es ist natürlich Belana, also Klingonen-Belana, die sich befreit hat und sie, hast du Paris gesehen? Hä, der ist nochmal in der Dunnel. Da ist auch jemand anders dabei gewesen. Und dann sagt sie, was, eine Frau? Und Sebastian, warum fragt sie das? Weiß sie schon, dass die aufgeteilt sind? Weiß das, die Klingonen-Belana? Nee. Warum fragt sie dann einen, warum sagt sie denn eine Frau? Oder meint sie Janeway denn damit? Ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, ab dem Moment, wo er das sagt, fängt sie an zu ahnen, was passiert ist. Und dann lässt sie ihn ja auch los und rennt weg. Also er sagt, da war eine Frau. Was, eine Frau? Und dann kann er sich so langsam wieder seinem Wasserbeutel zuwenden, den er da so hier hat. Richtig, ja. Ich glaube, so ist das gemeint, dass ihr jetzt hier dämmert, ach so, dieses Genetron hat vielleicht noch etwas anderes erzeugt. Das kann sein, ja. Ich fand es ein bisschen seltsam. Das hätte man vielleicht erklären können. Ja, man hat relativ wenig Zeit und man hat jetzt ausgerechnet diese Szene mit dem Talaxianer dafür genommen, um ihr das mitzuteilen. Das ist, ja, ein bisschen hakelig. Das stimmt. Genau. In den Baracken ist Belana, also die Wache geht irgendwann weg. Belana tut so, als ob sie schläft, aber sie steht da natürlich auf und geht an diesen Computer, an diesen Wachpult und versucht sich da reinzuhacken. Das geht aber nicht lang gut. Die Wachen kommen zurück. Was machst du denn da? Geh von dem Computer weg. Ja, dann nehmen sie es mit und dann denkst du dir auch so, wo bringt ihr mich hin? Und dann, auch so gruselig irgendwie, verpassen die eine Dusche und dann bekommst du ein heißes Abendessen. Also da denkst du auch um Gottes Willen, was haben die beiden jetzt vor? Und das finde ich auch tatsächlich in der Wortwahl unangenehm, weil das lässt ja dann doch so ein bisschen an die Schoah erinnern. Ehrlich gesagt. Du kriegst jetzt ein gutes Essen und eine Dusche. Du musst nur da reingehen. Und das finde ich jetzt in so einem klischeebeladenen, zu Recht auch völlig angenehmen, klischeebeladenen Horror, finde ich das ein bisschen zu gruselig. Ist in echt passiert und war unvorstellbar und schlimm. Haben die das gesagt, dass die das gemeint haben? Also das ist jetzt natürlich eine Interpretation, die durchaus so sein kann. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht. Nee, gesagt haben die das nicht, aber mir hat sich diese Parallele aufgedrängt. Ich habe eher so dran gedacht, dass sie die jetzt mitnehmen und was Schlimmes mit ihr anstellen. Soweit habe ich auch gedacht, aber ja, stimmt, wo du sagst, so, ja, könnte sein, dass das, wenn sie es so, aber wenn sie es so gemeint hätten, finde ich auch irgendwie, passt es nicht so wirklich zum Setting. Wobei, auf der anderen Seite macht es die ganze Sache natürlich noch kompromissloser und unangenehmer. Also es ist nicht das Star Trek Phantasialand mit der Geisterrikscher, sondern das ist Texas Chainsaw Massacre, was wir hier sehen. Das ist richtig, aber wenn die, wenn diese Nazi Parallele, die ich hier gespürt habe, die nicht beabsichtigt sein muss, aber wenn die da drin ist, wenn sie denn doch beabsichtigt war, Simon, dann finde ich, hat man hier wieder so eine gewisse Nazi Verharmlosung begangen, indem er so Space Matsch Nazis dann da genommen hat, so dezent alberner, ja. Wobei das, es gibt auch ein paar gute Nazi-Zombie-Filme, möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Ja. Aber das muss man halt schon nicht. Ja, ist jetzt nicht mein bevorzuges Genre. Meins auch nicht, aber ich habe einen oder zwei davon gesehen und ich glaube, einen fand ich gut und furchtbar, aber ich weiß nicht mehr, welche das waren. Ist halt Exploitation dann, das ist ja dann, sind wir auf einem anderen Niveau. Das hier ist kein Exploitation. Natürlich. Nazi-Sploitation gibt es ja auch als. Nazi-Sploitation, genau, ja. Ja, nee, gut. Jetzt gehen wir, nee, jetzt gehen wir gar nicht, denn bevor die weggenommen werden kann, kommt auf einmal die Klingonen-Balana rein und macht tschah, heuer, tschrisch, tschrisch, mit den, äh, wie die Hanern da, dann sind die schon mal, ja, keine große Bedrohung mehr. Taurus Mensch guckt sie an, fällt in Ohnmacht und dann wirft sie sich kurze Hand über die Schulter und latscht weg mit ihr. Eine Doppelrollen-Folge auch, da sagen wir später was dazu, ist ja auch klar, dass die jetzt gemeinsame Szenen haben. Genauso wie hier schon unser lieber Doktor mit Brian Markinson, also hier sind so, das ist die Folge der, der, der Doppelrollen. Faces eben, Simon, Faces. Dann hat man sich in der Höhle verschanzt, wir haben jetzt so eine First-Plot-Szene hier, ja, so ein Lagerfeuer brennt und die Klingonen-Belana, die grillt so ein Stück Nagetier, ja, wie wir dann erfahren, am Stock. Und jetzt zieht sie auch ihre menschliche Hälfte so auf, jetzt iss, du musst kräftig werden, ich kann dich nicht die ganze Zeit hier schleppen, wir müssen uns jetzt nämlich hier rauskämpfen. Du bist also dieses jämmerliche Ding, was übrig bleibt, wenn man alles Klingonische aus dir rausnimmt. Wenn ich nicht gekommen wäre und dich da rausgeholt hätte, das wäre doch, du wärst ja in Angst erstarrt, dann da verkümmert einfach nur. Richtig. Und die Menschen-Belana, die sagt, ja, das ist natürlich wieder typisch, du willst wieder mit dem Kopf durch die Wand. Du denkst, deine Impulsivität, deine Aggression, Gewalt, ja, ist die einzige Lösung in so einer Situation und du denkst nicht nach, du läufst sofort los, ja, und haust alles um, was dir im Weg steht und das ist genau das, was mich die Akademie gekostet hat und das, ich verstehe, warum man das macht. Jetzt haben wir halt die Gelegenheit, dass die beiden Teile tatsächlich miteinander interagieren können in Belana, so wie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter irgendwie, aber so die Situation, in der die sich befinden, da habe ich mir dann auch gedacht, müssen wir da jetzt drüber reden? Können wir nicht über eine Lösung reden? Jetzt packst du hier die großen Themen aus. Das fand ich so ein bisschen, ich fand es nicht schlimm, aber habe mich ein bisschen rausgerissen an der Stelle. Da war ich dann, bin ich so raus aus der Handlung und habe mir gedacht, ach komm, jetzt red doch nicht darüber. Es ist halt ein Honigtöpfli für die Autorinnen und Autoren. Klar. Oh, guck mal, wir konnten nie den menschlichen Spock mit dem vulkanischen Spock in so ein Zwiegespräch, in so ein Streitgespräch stellen und das machen wir jetzt mal, obwohl eigentlich die Zeit drängt, obwohl die Vidianer hinterherlaufen, machen die da so ein urgemütliches Lagerfeuerchen und gönnen sich einfach mal diese Szene, die nicht sein müsste und dürfte eigentlich. Zwei Gänge weiter geht so eine Vidianer-Patrouille da, das riecht aber gut hier, was es heute zum Abendessen gibt. Der Oma hat Steckrüben-Eintopf gemacht, lass uns schnell nach Hause gehen. Ja, und auch die ganze Höhle müsste voller Rauch sein und so, aber lassen wir das jetzt einfach mal weg. Ja, es ist jetzt der Kniff, man wollte jetzt hier A, einmal diese überbordende Horror-Story erzählen, aber man wollte uns auch, oder besser gesagt, man wollte die beiden Belanen in eine Situation bringen, wo sie miteinander ins Zwiegespräch kommen können. Und dafür nimmt die Episode wirklich eine Auszeit, wie so eine Auszeit in einem Sportevent, wo alle, die Vidianer machen auch hier so diesen hier, Stopp, Pause, lass die beiden mal reden jetzt. Lass jetzt mal die Belaner mit der Belaner klarkommen, weil das ist ja auch ein It's a thing now. It's a thing, genau. Ja, und jetzt beginnt diese Diskussion, ne, und mit der Akademie und damals und so, und die menschliche Belaner sagt halt, naja, du hast mich immer in die Scheiße geritten, einfach, ne, durch deine Art und Weise, während die Klingonen-Belaner sagt, ich hab dich doch unterstützt, immer wenn du nicht weiter wusstest, mit deinen Ideen und deinem Verstand hab ich die nötige Aggressionen gebracht und du brauchst mich, um zu funktionieren. Weil ohne mich bist du dieses Häuflein Elend. Jetzt gibt es doch schon zu und die menschliche Belaner sagt auch, ja, ich kann's auch gar nicht fassen, dass wir miteinander streiten. Also guck uns doch mal an, wir streiten mit wir, ich mit mir, ja, das gibt's überhaupt nicht, ja. Und als jetzt die Belaner, die klingonische Belaner, ich geh jetzt hier raus und mach weiter, halt, stopp, es tut mir leid, sorry, tut mir leid, auch so unterwürfig, holt sie sie dann zurück. Jetzt, Simon, kommt die Star Trek-Botschaft, voll die teure Botschaft, kommt jetzt voll durch. Genauso wie Spock mit sich Frieden schließen musste, den Inneren um zu funktionieren, müssen auch diese beiden Hälften kooperieren. Wir gehen zurück. Ich geh an den Computer, dass ich das Kraftfeld abschalte und wir uns alle rausbieben können und du stellst dich an den Eingang und mach krrsch, 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 wenn die reinkommen wollen, damit ich in Ruhe an dem Computer das mache. Wir können das nur zusammen schaffen. Und das ist natürlich Star Trek in seiner klischeebeladenen Reinstbotschaftsform, was wir da hören auch, ne? Das zum einen, zum anderen, ich fand es aber tatsächlich trotzdem nachvollziehbar, weil ich meine, diesen inneren Zwist, den man ja manchmal hat, also ich hab den zumindest manchmal, also was heißt manchmal, wahrscheinlich täglich oft, dass du dann, auch wenn du vor Entscheidungen stehst oder irgendwas machen musst oder sonst irgendwie was und dann sagt es, die eine Hälfte von dir, oh nee, bitte nicht und das ist anstrengend und da muss ich dann das machen und die andere sagt, jetzt mach das aber mal und idealerweise harmoniert das ja miteinander, dass du dich halt zurückhältst, in den richtigen Situationen, in anderen Situationen durchaus auch für dich einstehen musst und dich durchsetzen musst, ja und idealerweise kann man das so austarieren, dass es für einen selbst und seine Mitmenschen funktioniert und am besten, also wenn man es nicht kann, dann ist das meistens für einen selbst und die Mitmenschen eben nicht gut und diese Mitte zu finden, das ist mir ja auch immer wichtig in anderen Situationen des Lebens, da konnte ich connecten zu, also ich konnte das, ich fand das gut, klischeebeladen ja, Star Trek Botschaft ja, aber ich fand es gut, ja, kann man schon mal so erzählen. Diese innere Abrundung, dieses innere Heilwerden, die Sachen übereinander bringen, die nie so richtig übereinander passten. Und das gelingt nicht immer, oft auch nicht, aber wenn es gelingt, ist es halt gut und das soll das hier uns irgendwie, glaube ich, auch erzählen. Also versucht mal, das irgendwie beieinander zu bringen, wenigstens. Ja, wenn du schon so auspackst, kann ich ja auch mal sagen, Simon, mir ist das tatsächlich, das habe ich dir gerade noch nicht so erzählt, das habe ich noch niemandem so richtig leidzelt. Letztes Jahr im Spätsommer ist mir das wie ein Durchbruch gelungen, Dinge klar zu bekommen, die ich viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht klar hatte. Und das ist, es ist ein weiter Weg zu gehen, Simon, aber ich sitze jetzt hier im Ende März 2024 und ich sage, zum Glück. Schön. Das ist wirklich gut. Das fühlt sich gut an. Das, das, das erste Mal im, seit vielen Jahrzehnten so ein bisschen so, ne, ach. Sich selbst zu verstehen, auch so. Sich selbst zu verstehen, mit sich selbst im Reinen zu sein. das ist ein geiles Gefühl. Vor und ach. Simon, Mensch. Liegen mir auch nicht immer, aber oft und das sind gute Momente, wo ich dann denke, naja, ist eigentlich ganz okay, so, wie ich mich jetzt fühle an der Stelle. Könnte noch immer optimierter sein, wenn man so schön sagt, aber du sagst es. Es ist ja eine Entwicklung. Es hört ja auch nie auf. Kommen wir mal von der persönlichen auf die technische Ebene, Simon. So, jetzt haben sie ja einen Plan gefasst, dass sie dann, nee, wir gehen eben nicht in die, in den Knast zurück, sondern wir gehen ins Labor von dem verrückten Professor. Da ist ja auch eine Konsole und da erwarten, da rechnen die gar nicht damit, dass wir da hingehen. Alles klar, latschenlos. Aber wie haben wir das denn jetzt gefilmt, Simon? Es gibt Splitscreen-Einstellungen, also wenn die beiden Charaktere direkt nebeneinander sitzen oder nebeneinander stehen oder sich gegenüberstehen, kann man das per Splitscreen lösen, dass auf beiden Seiten Roxanne Dawson steht. Das ist natürlich immer dann wichtig, wenn man die Gesichter erkennen kann. Aber es gibt auch andere Szenen, vorhin haben wir eine genannt, wo die Klingonen-Belana die andere wegträgt und so. Und dann kann es natürlich nicht Roxanne Dawson sein in beiden Fällen. Nein, es ist ihre, ja, eine Stuntfrau, Doppelgängerin, schräg, schräg, Joy, Kilpatrick. Und anders als bei anderen Doppelgängerfolgen, haben sie die nicht nur von hinten über die Schulter gefilmt, die sieht der so ähnlich. Es gibt diese Szene am Ende des Lagerfeuers, wo die Klingonische Belana loslaufen will und die andere sagt, halt, halt, stopp! Und dann bleibt die Klingonische Belana vorne im Dunkeln stehen und du siehst sie, ja, nur so schäbenhaft und du siehst sie auch ganz groß im Profil, unscharf. Und das ist tatsächlich Joy Killed Patrick. Cool, ja. Fällt nicht auf. Nee, fällt nicht auf, weil diese Frontalaufnahmen sind selten, dass das so glückt. Und auch als dann später die menschliche Belana an der Konsole arbeitet und die andere im Vordergrund kämpft, da ist die unscharfe Mensch-Belana im Hintergrund, das ist auch Joy Killed Patrick. Ja. Und wenn du hinguckst, dann kannst du es so ein bisschen erahnen, denkst aber doch auch gleichzeitig, ey, die sieht ja sowas von aus wie Roxanne Dawson, das gibt's ja gar nicht. Ein Glücksgriff. Richtig, ja. Ich hab noch eine Frage, bevor wir dann aufs Finale zugehen, Sebastian. hat eigentlich die Klingonen-Belana dafür gesorgt, dass Durst umgebracht wird. Du meinst, mit ihrer sexuellen Annäherung hat sie, ja, das ist ihr, das lastet ihr jetzt auf dem Gewissen auch ein bisschen, ne? Sie hat ihm Hoffnung gemacht, dem Irren, und der hat sich dann für Durst entschieden. Ey, das ist ja nur am Rande, das Fass könnten wir jetzt aufwarten, aber lassen wir es einfach mal zu. Man geht in diese Dark, Simon, Dark ist das. Ja, ja, das ist eine darke Folge, also kann man auch so darke, darke Themen hier besprechen. Ja, also sie gehen jetzt in das Labor, dann schalten wir nochmal kurz zu Paris, der mit dem Thalaxianer redet. Ja, die beiden werden unterbrochen und werden von einem Vidianer unterbrochen und dieser Vidianer ist kein gewöhnlicher Vidianer. Ey, Hände weg, whatever you say, Paris. But I thought you might like my, ja, es ist erfreht, ich kann jetzt nicht so gut nachmachen, weil wie bei der Zauberformel Any luck yet to walk bekomme ich ihn immer, so ist es ein bisschen schwieriger und er sagt, komm, lass uns mal hier raus. Chakotay, wo sind die anderen beiden? Ja, wahrscheinlich schon beide Organe raus. Also, dann mal schnell dahin, im Labor, die beiden sind ja dahin gelaufen. Moment, jetzt kommt aber noch eine Szene, die hat mich fertig gemacht. Es kommt nämlich noch ein Vidianer, der nährt sich, warum redest du mit dem? Entschuldige, ja. Ja, ich soll den zur Haarweste mitnehmen. Habt ihr noch nie gesehen? Ja, mein Gesicht wurde gerade erst frisch aufgezogen. Achso. Dafür sieht es viel zu roh aus. Achso, dann geh mal. Und das Gesicht A sieht viel zu roh aus, dass es frisch aufgezogen wurde. Und B würde ich dann ja mal, wenn ich die echte Vidianische Wache wäre, würde ich mal fragen, ja, wie heißt denn du? Und dann sagt der Chakotay, Heinrich, äh, äh, Scott. Ja, das ist einer von, das ist einer von diesen dämlichen Nazis aus den Indiana Jones Filmen. Weißt du, wenn Indy sich so eine, so eine Uniform da klaut und dann, weißt du, da lassen sie sich ja auch immer überdöbeln. Dumm fand ich das. Achso, dein Gesicht ist frisch, ja, dann geh. Ja, nächstes Mal sagst du mir Bescheid, ne? Ich will ja alles wissen. Geht ja nicht, stand ich im Dienstplan. Ja, hat mich ein bisschen irritiert, aber gut, war schon seltsam, die Szene, ja, gut. Jetzt hat man ihm das angezogen, jetzt muss man ihm auch irgendeine Szene geben damit, weil so wirklich, macht er ja nicht viel damit. Jetzt ist man im Büro, äh, in dem Organ-Labor, weil da ist noch so eine weitere Konsole, ne, wo man eventuell Hilfe holen könnte oder sonst was machen könnte und da fangen die jetzt auch an zu arbeiten. Die Bilane läuft rum, die Klingonin und die Taurus sitzt da an der Konsole und ist am, am Fummeln und dann geht Alarm los. Klar, muss ja Alarm losgehen und jetzt passieren Dinge. Ja, jetzt kommt das eigentlich auch wieder zu so einem klassischen Universal-Horror-Film-Ende. Alle Charaktere treffen sich an einem Ort, es gibt noch eine letzte, ironisch-düster-Horror-artige Verkettung und dann geschieht die Rettung auch. So, äh, in diesem Fall ist ja so, dass die menschliche Belana da das Kraftfeld dagegen, programmiert, macht so ihre Hacker-Wars da hinten, um das runterzunehmen und der verrückte Professor kommt rein, fast zeitgleich mit Fred und Eugen. Ja, jetzt möchte der Professor natürlich verhindern, dass die irgendwie fliehen, nimmt sich eine Pistole, eine Pistole vor allen Dingen auch, nimmt sich so ein Phaser, eine Smith & Wesson, in so einem alten Abenteuerfilm, ja, nimmt sich so ein Phaser und schießt auf Belana, also auf die menschliche Belana, aber die klingonische Belana sieht das und wirft sich dazwischen, wird also getroffen, tödlich getroffen von dem Phaser, wie wir dann feststellen, und hat aber dadurch der, einer der beiden Belanas das Leben gerettet. Denn die hat just in dem Moment das Kraftfeld abgeschaltet, auf Voyager merkt man das, unten sagt man, los geht's und dann werden alle hochgebeamt. Und das Gesicht von Sulan, auf den die Kamera dann auch nochmal zufährt, der die Waffe dann so fallen lässt und der dann seine Liebe erschossen hat und auch sein Plan, sein Volk zu rennen, ist ja jetzt auch weg. Das ist ja das Dramatische. Alles fällt jetzt um ihn herum zusammen und das ist ausnahmsweise mal so ein Bösewicht, der nicht stirbt am Ende, sondern der so mit der Unfassbarkeit seiner Taten alleine zurückgelassen wird in seinem Labor. Hoffentlich sehen wir ihn wieder. Nein. Natürlich nicht. Aber es wäre cool gewesen, dass der nochmal auftaucht, ja, nach ein paar Staffeln von mir aus, dass er dann, weißt du, er muss dann die Belana zurückholen und das nochmal irgendwie machen alles. Der hat jetzt, das ist jetzt völlig durchgedreht, der wird jetzt komplett wahnsinnig. Der wird jetzt so, der wird, der ist jetzt, der wird jetzt so überwahnsinnigen Bösewicht, zu einem Comic-Bösewicht wieder jetzt. Das glaube ich auch. Von einem Horror-Bösewicht zu einem Comic-Bösewicht. Das glaube ich auch. Ja, sensationell. Ja. Das Ganze endet dann auf der Krankenstation. Wir sehen hier die noch menschliche Belana, nehmen ihr den Doc und der sagt, kein Problem, ich bin Baumediziner. Ich bin Baumediziner und das kriegen wir wieder hin, dauert ein paar Tage aber, ne. Aber ich kann das wieder rückgängig machen. Ich bin nämlich gut. Und außerdem, wenn ich es nicht rückgängig mache, dann stirbst du. Weil deswegen geht es ja auch so schlecht. Ich glaube, da geht es irgendwie um Proteine, die nicht gebildet werden können oder sonst irgendwie was, weil die klingonische Hälfte jetzt eben fehlt und wichtig ist dafür. Deswegen haben wir auch gar keine, also diese Diskussion, dass Belana jetzt menschlich, das wäre auch interessant gewesen, wenn sie jetzt plötzlich wieder Mensch gewesen wäre. Ob es gut gewesen wäre, weiß ich nicht, aber es wäre interessant gewesen. Wie sie dann damit klarkommt über mehrere Folgen. Das wäre auch gut gewesen, über mehrere Folgen jetzt in diesem Status Quo zu lassen und dann irgendwann sagt der Doc, wir müssen was tun und müssen das rückgängig machen. Aber das macht man nicht. Man macht es direkt rückgängig, aber man sieht es nicht. Also sie bleibt noch in diesem Menschen-Status bis zum Ende der Folge und ja, dann kommt der Chakotay noch mal kurz rein. Sie weiß, dass sie wieder, der Sie immer macht, wieder gestenbasierte Sprechblasen hier, die, ähm, ey. Entschuldigung, das war noch ein Test. Alles gut. Ja, der Chakotay kommt. Belana sagt auch noch mal, guck mal, sie rettet schon wieder in meinem Leben. Ich muss sie hier reintegrieren, ne? Und dann kommt der Chakotay rein und sagt, äh, und? Sie sagt, ja, ich fühle mich mehr im Frieden mit mir selbst als jemals zuvor und das ist ein gutes Gefühl. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, oh, das kommt aber, wenn ihr das jetzt durchziehen wollt so, kommt das zu früh in der Serie. Ja, das stimmt. Wenn sie jetzt wirklich ihren Frieden finden soll, ist das nicht in Folge 13 gut. Du kannst das aber auch so verstehen, dass sie vielleicht sogar ihren Frieden finden könnte, wenn sie es nicht rückgängig machen müsste. Und jetzt bauen sie mir die wieder ein und dann geht der ganze Salat von vorne los. Aber das widerspricht sich so ein bisschen mit der Botschaft hier, weil sie eine Sekunde vorher gesagt hat, na ja, sie hat mir schon wieder das Leben gerettet. Und das impliziert ja, dass ihre klingonische Hälfte ihr schon oft in Anführungszeichen das Leben gerettet hat. Ja, also sie schon oft sie unterstützt hat in schwierigen Situationen. Und das fand ich auch ein bisschen unsauber am Ende, was die uns eigentlich so genau sagen wollen. Also das fand ich irgendwie seltsam geschrieben, muss ich sagen. Es ist eben auch ein bisschen so, dass man denkt, der gute Lazarus und der schlechte Lazarus aus dieser fürchterlich verworrenen Episode The Alternative Factor, die müssen jetzt alle Ewigkeit in diesem Tunnel eingeschlossen sein und gegeneinander ringen, damit das Universum weiter existieren kann. Und vielleicht ist es ja auch so für Belana. Ja, kann sein. Sie hat jetzt Frieden, aber um überhaupt weiterleben zu können, muss man leider, 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 leider wieder die Klingonin und die Mensch-Belana in diesen Tunnel, der ihre eigene Seele ist, einsperren und weiter ringen lassen. Interessante Parallele, aber du hast absolut recht, ja. Es ist interessant, ne? Also sie sagt ja, oder ich glaube, Chakotay sagt zu ihr, ihr wart ja schon ein fabelhaftes Team und dann sagt Belana ja auch, ich werde den Rest meines Lebens mit ihr kämpfen und das mit kann ja sowohl mit ihr zusammen gegen andere oder auch mit ihr, also gegen sie sozusagen bedeuten. Ja, aber statt, dass der Chakotay mal sagt, komm mal um den Arm oder lass mal hier, alles wird gut, der macht so ein komisches Gesicht, so ein skeptisches Gesicht ihr gegenüber und dann setzt er an, aus der Krankenstation rauszugehen. Nach zwei, drei Schritten macht er noch mal Stopp und guckt noch mal so ganz, so Skudelny-haft skeptisch zurück, fast schon und dann geht er raus. Ja, das ist vielleicht... Und was schickt das der Belana für eine Botschaft, was er da, seine Gestik... Vielleicht ist es inappropriate oder so, weil er der kommandierende Offizier ist, will er sie nicht anfassen oder ich habe keine Ahnung. Aber er könnte was Tröstendes auch sagen, das tut er ja auch irgendwie nicht. Ja. Das finde ich, das finde ich ein bisschen seltsam. Ein letztes Mal fasst sich Mensch-Belana so an die Stirn und guckt dabei so, ja, es fasst schon wie so ein DS9-Ende. Ja. Oh ja, jetzt ist das so. Das ist auch kein besonders gutes. Also es ist kein, kein richtiges Happy-Happy-End, im Gegenteil. Also klar, man hat die, die Gefahr hat man irgendwie gebannt, aber innerlich hat man nichts repariert, so wirklich. Oder vielleicht ein Stück repariert, aber es ist kein Happy-Happy-Happy-End. Nee. Ja, und damit endet die Folge. Kenneth, Pete, Biller, naja, ich kann auch, wie der heißt, Ken Biller, setzte sich dafür ein, dass wir am Ende nicht mehr die vom Doktor wiederhergestellte Belana sehen, sondern bei der Ambivalenz ihrer menschlichen Hälfte bleiben. Was ich auch gut finde, weil sonst wäre das so, so eine Tuwix-hafte Vernichtung eines Charakters am Ende der Folge gewesen. Wir wissen ja so oder so, dass das passiert und so bleiben wir mit der nochmal dann da. Für mich war es besonders, weil ich habe die zerlegte Belana gesehen, bevor ich überhaupt Belana kennenlernen durfte, weil das war meine erste Folge. Und wir sehen in dieser Episode kein einziges Mal Belana, so wie sie in allen anderen Episoden eigentlich ist. Ja. Tja, Zuschauerpost gab es nach dieser Episode. Die beschwerten sich nämlich, dass die Voyager keine der anderen armen Seelen aus dem Camp rettet. Ja, die haben das Kraftfeld abgeschaltet. Eigentlich kann man alle hochbieben und yeah, wir haben Fred, wir haben Belana, lass weiterfliegen. Oh Mann, der Thalaxianer, weißt du? Oh. Oh. Das ist schon richtig. Schlimm eigentlich, ne? Genau. Und das, was du gesagt hast, dass der Chakotay am Ende so kalt wirkt. Ja. Auch Brandon Braga war anfangs gegen die Episode eingestellt. Er meinte, das ist so, als würde man Data zum Menschen machen. Wenn man das zeigt, ist für Belana alles aufgelöst. Sie ist an der Wurzel ihrer Probleme angelangt, findet womöglich Frieden mit sich. Warum sollte man das tun? Damit zieht man doch dem dramatischen Potenzial des Charakters den Boden unter den Füßen weg. Haben wir eigentlich gerade schon drüber gesprochen? Ne? Ja. Also, ich finde jetzt nicht, dass sie alles aufgelöst hat. Ne. Der Friede, der innere Friede ist ja für sie nicht überlebensfähig leider. Sie muss zurück in den Konflikt. Ja. Und damit haben wir es eigentlich ganz geschickt gemacht, dass sie mit sich selbst mal diskutieren konnte. Auch wenn die Szene am Lagerfeuer vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich war. Aber ja. Als Roxanne Dawson das Drehbuch las, bekam sie es mit der Angst zu tun. Ich kenne diesen Charakter doch selbst erst kaum. Jetzt soll ich ihn etwa in zwei Hälften aufsplitten. Sie ließ sich zwei Kopien des Drehbuchs geben, mit denen sie dann arbeitete. Auf dem einen stand The Human, auf dem anderen The Klingon. The Klingon. The Klingon. In späteren Jahren war sie für die Episode sehr dankbar, weil sie ihr eine erste große Herausforderung gab und ihr dabei half, Bilana besser zu verstehen. Es fehlen einige Buchstaben in diesem Text. Aber ich danke dir dafür, dass du darüber hinweg gegangen bist. Finde ich gern. Ich bin neulich über deinen Zof. Da geht nichts drüber. Diese kurze Pause. Ken Biller, der so junge, frisch angestellte Ken Biller noch, die Art und Weise, wie er hier einen ungeliebten Pitch in etwas verwandelt hatte, was alle Beteiligten mochte, das beeindruckte vor allen Dingen den Chef Richard Keith Burman und die schon heute häufiger erwähnte Chefin Jerry Taylor. Und ich sag noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ganz positiv. Das ist die erste Voyager-Arbeit von David Bell, der ja das dramatische, melodische, das minimalistisch gruselige, stimmungsvolle auch und auch mit der letzten Szene, wo wir die Voyager wegfliegen sehen, nachdem die Bellana sich nochmal an die Stirn gefasst hat, nochmal so das sehnsuchtsvoll-melancholische zurück in die Musik bringt, wo der Jay Chatterway und der Dennis McCarthy das Ganze so ein bisschen heruntergeschraubt hatten. Das tut mir gut, das zu hören. Das macht eine, jede Folge, egal ob sie schlecht, mittel oder gut ist, jede Folge wird durch die Musik von David Bell ein Stück weit besser. Und als ich diese Episode das erste Mal gesehen hatte in den USA, da hörte ich dann diese, ja, diese sehnsuchtsvolle, charaktervolle Musik, wie ich sie von Star Trek gar nicht so sehr gewohnt war, weil ich hatte David Bell da noch nie gehört. Und dann kam danach die Abspannmusik von Jerry Goldsmith und das Voyager-Thema ist ja auch so ein melancholisches, was auch so untypisch ist. Und das hat mir, weil ich lange Monate danach keine weitere Voyager-Episode sah, hat mir so ein emotionales Bild von der Serie vermittelt, dass das so diese sehnsuchtsvolle Serie ist. Klar, habe ich auch gedacht, die sind ja weit von zu Hause weg. Das ist eine Stimmung, die bauen die richtig auf und die Inszenierung, die unterfüttert das dann auch noch. Dass das nicht immer so ist, sollte ich dann auch schnell feststellen, aber diese Folge, da hat für mich so einen ersten Akkord in Voyager angeschlagen. Cool. Wie fandst du es denn? Ja, also wie fand ich es? Das Wichtigste habe ich im Grunde schon gesagt. Also ich finde gut, dass sie mal gedacht haben, okay, wir machen so eine Horrorfilme, wir machen so ein Hommage an diese Monsterfilme und ziehen das auch mal durch und gucken nicht unbedingt darauf, dass das alles so glatt ist, ja, und so smooth und das beißt auch mal. Das bellt nicht nur, das beißt auch mal, was wir hier sehen. Ich finde eigentlich, dass das eine gute Folge ist, eine runde Folge. Ich finde die Idee cool, also diesen Zwist zu zeigen zwischen den beiden Belanas. Ich finde die Idee einfach cool, das zu spalten, dass du so eine physikalische Manifestation davon hast. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das Timing hier richtig ist, ob das nicht schon viel zu früh kommt, weil wir Belana eben noch so kurz erst kennen. Also ich hätte gern mehr gesehen von ihrem inneren Kampf und ihrem inneren Zwist und so und dann hätte man das irgendwann mal machen können, um da nochmal so ein Ausrufezeichen drunter zu setzen. Ja, also wirklich haben wir das noch nicht gesehen. Ich habe vorhin schon gesagt, für mich hat sich Belana schon total gut ins Team eingefühlt, eingearbeitet, so, wie heißt das Wort? Eingefügt, so. Für mich hat sich Belana schon sehr gut ins Team eingefügt und du sagst, da kommen ja noch Folgen im Verlauf von Voyager, die das Thema mal so aufgreifen und mehr draus machen und das wäre so eine Folge gewesen, die man irgendwann so in der Mitte hätte bringen können von diesem Charakter-Arc. Weißt du, du lässt das immer mal wieder zum Problem werden, immer mal wieder ansprechen in einzelnen Folgen und dann machst du in der Mitte mal so ein Ding, dass das richtig aufgreift und dann entwickelst du das in den restlichen Charakterfolgen weiter und irgendwann machst du dann eine richtige Auflösung. Ja, wenn du die Geschichte des Charakters zu Ende erzählst, wo sie dann wirklich ihren Frieden findet. Das hätte ich besser gefunden. Das kommt zu früh. Ich finde, dass der Brian Markinson und so, das finde ich super, also super Typ, also auch die Maske ist total toll, ja, wenn er dann auch dieses Wahnsinnige, dieses Irre kommt da total gut raus und da habe ich mich echt angenehm wohlig gegruselt in Anführungszeichen von diesem Typen. Ja, und dann so ein paar Dinge wie diese Höhlen, die sich da verschieben und dass die Vilianer ein bisschen doof sind hier auch und auch unsere Helden sind ein bisschen doof an einigen Stellen. Das hätte man auch, glaube ich, besser machen können und klüger machen können. Aber unterm Strich hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Nur das Timing ist falsch. Dann hätte die noch mehr gewirkt. Aber trotzdem geht für mich der Daumen nach oben, vor allen Dingen wegen diesen Horror-Hommage-Anleihen, die ich hier richtig gut umgesetzt fand. Für mich ist das Timing gar nicht mal so kaputt. Natürlich hätte man damit länger warten können, aber eine solche Folge lockt auch, dass man das mal macht mit der Bellana. Und bei Deep Space Nine, Simon, ist man für meine Begriffe da viel zu früh an das Honigtöpfli rangegangen. Nämlich hat direkt in der Folge nach dem Pilotfilm den Tana Loss von den Terroristen als Verführer für die Kira da reinkommen lassen und die Kira dann da so zerrissen sein lassen zwischen ihrer Pflicht auf Deep Space Nine, die sie noch gar nicht als solche vollkommen embraced und verstanden hat. Stimmt. Da war das. Auch. Also hier ist es zu früh. Bei Deep Space Nine fand ich es viel zu früh. Ansonsten zeigt Roxanne Dawson ja das erste Mal, dass sie eine Bank ist, was das Schauspiel angeht. Auf die kann man sich verlassen, auf die wird man sich auch verlassen können. Der Charakter der Bellana wird bis zum Ende interessant bleiben und auch interessant gespielt bleiben. So meine Voraussage. Und das ist hier das erste Mal, dass sie so wirklich sich austesten darf. Dazu kommt dann, dass wir hier diese freakige Horror-Show haben vom Feinsten. Das bedient meine fast schon niederen Instinkte, aber dann doch eigentlich, wenn ich mir so über an so viele tolle Filme denke, inspiriert es mich ja doch, an coole Sachen zu denken und dann auch, ja, hab so Bock mal wieder Island of Lost Souls zu gucken, ja, ach, herrlich. Aber bevor ich mich darin jetzt verliere, muss ich die Vidianer loben. Das ist ein toller Widersacher, die jetzt das zweite Mal schon wiederkommen und auch wenn die sich ein bisschen blöd anstellen, wenn die kommen, weiß man, mit denen ist nicht gut Kirschen essen und jetzt wird es duster. Jetzt wird es richtig duster. Für die Leute, das ist nicht so, wie wenn die Kaesern kommen, wo du sagst, naja, wird irgendwie schon hier so, die Kaesern sind ja so noch halbstarken. Wenn die Vidianer kommen, dann sollte man sich warm anziehen. Das kommt dann auch zusätzlich zu dieser ganzen inszenatorischen und erzählerischen und Horror an. Ja, es ist ein schöner Mix, der einfach für mich entsteht und ich gebe den Daumen unumwunden nach oben. Ich mag diese Folge wirklich sehr. Faces ist für mich eines der Highlights der ersten Staffel. Da habt ihr es gehört. Zweimal Daumen nach oben. Sehr gut, Sebastian. Vielen Dank. Es war auch eine sehr schöne Übersprechung, wie ich fand. Es hat richtig Spaß gemacht, über Faces zu reden. Hier mit unseren beiden Freibiergesichtern über die Gesichter da zu sprechen. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr auch Spaß hattet. Ihr kennt ja den Refrain, nicht wahr? Auf trickamdienstag.de slash unterstützen gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Wir bitten sehr herzlich darum, wir haben letztens mal einen Aufruf gemacht, der hat auch wirklich was gebracht. Bitte keep it coming. Das ist wirklich wichtig für die Zukunft dieses Podcasts. Sebastian erzählt, was er alles so zu tun hat und ihr könnt da aktiv unterstützen, dass aus seinem Gesicht noch viele schöne Sachen fallen und auch generell, vielleicht haben wir noch andere Dinge vor. Mal gucken. Aber das geht nur mit eurer Unterstützung. trickamdienstag.de slash unterstützen oder im Menü einfach auf unterstützen klicken. Da findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Dann gane ich mal vielleicht auch nicht immer so viel. Ja, genau. Das muss nicht sofort passieren, aber das ist so ein langfristiges Ziel, dank eurer Unterstützung aus 80 Stunden Wochen vielleicht 60 Stunden Wochen zu machen. Das wäre gut. Genau. In diesem Sinne, nächste Woche auf diesem Kanal Deep Space Nine Family Business Familienangelegenheiten. Das ist auch schon wieder so ein, gar kein Wunder, dass du drüber stolperst. Das ist auch schon wieder so ein Monsterwort, Simon. Sag du es mal. Familienangelegenheiten. Ein Wort, was machst du auch einen Folgentitel mit 47 Buchstaben. Ja, das ist ja richtig, ja. Unverhältnismäßig. Aber Familienangelegenheiten, der Quark, der Armin Schimmermein hatte in den letzten Monaten wenig zu tun. Das wird sich ändern. Und wir lernen einen Unsch, wir lernen zwei unsterbliche Gaststars, die uns lange begleiten werden, lernen wir nächste Woche auch kennen. Aber ach, wir haben schon viel zu viel geredet. Im Laufe dieser Woche vielleicht noch ein Zück-Kralli, wie der Schweizer sagen würde, wenn er so besoffen ist wie ich, auf diesem Kanal. Und ich bedanke mich, Simon, über ein herrlich gruseliges Gespräch. Für. Ich bedanke mich über ein Gespräch. Ne, so weit ist es schon. Ich bedanke mich für ein... Sebastian, leg dich hin, komm. Es reicht jetzt, ne? Macht's gut hier da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine Galaktisch Absorger 2024 Produktion.